Es wird wieder ausführlich. Wir haben aktuell über 2000 verschiedene Zangen im Sortiment. 2000. Wenn ihr jetzt mal überlegt, ob ihr gleich noch einen Termin habt, Termin absagen, schaut zu. So Freunde, heute geht es mal um das Thema Zangen. Und zwar Zangen von einer Firma, die ihr wahrscheinlich alle kennt von Kniepex. Und damit willkommen zu einem weiteren Bauform24 Expert Talk mit Kniepex. Und an meiner Seite den Marc-André von Kniepex. Ordentlich gekleidet hier, richtig in der CI. Schön, dass du da bist. Ich denke, wir werden heute einige Themen haben. Ja, danke einmal für die Einladung. Ist für uns auch sehr spannend, hier zu sein. Und ich bin Produktmanager bei Kniepex. Und bin im Prinzip für die Zangen, für das Sortiment zuständig. Marktforschung, was braucht der Kunde, was möchte der Kunde, wo gibt es Probleme, was kann man ändern. Und das versuche ich dann entsprechend umzusetzen. Ein Teil der Ergebnisse kann man dann hier sehen. Genau, wir haben ein bisschen aufgetischt. Das heißt, du bist sattelfest, wenn ich dich dann heute mal in dem Thema Zangen in die Zange nehme. So sattelfest, wie es geht. Und ich kann euch versichern, ich kenne den Marc-André schon eine Weile. Und der Kollege ist wirklich der perfekte Gast für einen Expert Talk. Weil du lebst das Thema wirklich. Du hast richtig Spaß, wenn man sich mit dir unterhält über das Thema. Und ich habe auch im bisherigen eigentlich noch keine Frage gehabt, die du nicht beantworten kanntest. Das freut mich, wenn das so ist und wenn das so bleibt. Vor allen Dingen hat er absolute Sympathiepunkte bei mir bekommen. Denn er hat mir mal erzählt, dass er irgendwo im Urlaub war. Und da hast du irgendwo was repariert, MacGyver-mäßig. Und hattest nur zwei Kniepex-Zangen. Ich glaube, das war beim Camping, ne? Das war an der Nordsee, genau. Und da hatte mein Sohn und Mann einen Kettger ausgeliehen. Und das ist da zerfallen. Und dann hatte ich wirklich nur zwei Zangen dabei. Und habe es damit so hinbekommen, dass er wieder damit fahren kann. Und der Urlaub war gerettet. Also ihr erfahrt dann heute auch, wie man mit nur zwei Zangen die Welt retten kann. Und ich will ja auch immer so ein bisschen wissen, was steckt hinter dem Unternehmen. Und ich erinnere mich, ich habe mal eine Folge Made in Germany gemacht. Denn Kniepex ist natürlich ein deutsches Unternehmen. Stellt auch ausschließlich in Deutschland her, glaube ich. Ausschließlich in Wuppertal-Kronenberg. Da habe ich schon mal so ein bisschen über das Unternehmen erzählt. Aber jetzt erzähl du noch mal. Wie lange gibt es euch? Wie ist das entstanden? Kniepex gibt es seit 1882. Von Karl-Gustav Putsch gegründet. Es fing damals an. Pferde waren ja immer noch ein Thema. Also hat man mit Kneifzangen angefangen. Also Kneifzangen hier für Pferde. Hufbeschlag und dann die Hufnägel rauszuziehen. Sowas genau in der Richtung. Und ganz normale Kneifzangen. Ist das eine Hufbeschlagsange? Das ist eine Hufbeschlagsange noch, die wir im Programm haben, ja. Ach krass. Also hier, so geht das heute die ganze Zeit wahrscheinlich. Ich hätte jetzt gedacht, ja irgendwie so eine Kneifzange. Aber was macht es jetzt zur Pferdezange? Zur Hufbeschlagsange? Genau diese Nase, die nutzen die Hufschmiede. Nämlich wenn sie die Hufeisen draufsetzen und die Nägel einschlagen, dann kommen die ja nachher an einem Huf raus. Und die sollen sehr nah abgeknipst werden. Und dann setzen die die unten drunter, dass der Nagel hier kommt, hier drauf trifft und sich abrollt. Und dadurch steht der Beste ab und sie können näher abkneifen und der Rest wird dann gefeilt. Also Hufschmiede waren quasi mit eure ersten Kunden. Genau, 1882. Das Gründerhaus, das steht immer noch. Da im Keller hat der Herr Putsch die ersten Zangen geschmiedet, bis die Frau ihn rausgeschmissen hat, weil ihr ständig das Porzellan aus dem Schrank gefallen ist und sagt, jetzt baue mal bitte eine Halle. Und das war dann die erste Halle, die heute unsere Kantine ist. Und auch kurz vorweg genommen, ich habe euch das ja im letzten Livestream schon erzählt, dass Marc-André hier ist und wir reden heute über das Thema Zangen. Aber ihr wollt natürlich auch sehen, wie werden die Zangen gemacht? Und dann machen wir eine Factory Tool, die wird es in sich haben. Da bin ich mega gespannt drauf. Da werde ich ja die Kantine dann auch sehen und den alten Stammsitz. Hat das nicht auch was zu tun, dass ihr da so in einem Werkzeugspeckgürtel sitzt, weil es damals das Thema Wasserkraft dort verfügbar gab? Genau, die Wuppa ist da ja als Fluss. Und das war die Lebensader in dem Bergischen Bereich für die Stahlverarbeitung. Ich brauchte halt die Wasserräder, um die Schmiedehämme anzutreiben. Und das ist der Grund, warum viele namhafte Firmen da aus dem Bereich Wuppertal, Remscheid, Solingen kommen und die da alle ansässig sind. 1882, wie ging es dann weiter? Genau, 1882 war es bekannt unter CGP für Carl Gustav Putsch. Das hat sich dann in Mitte der 40er Jahre, so 1942 rum geändert in den Namen Knipex. Wo das jetzt genau herkommt, kann man tatsächlich nicht mehr sagen. Wo der Name Knipex herkommt, kann man nicht sagen? Nein, kann man nicht mehr genau nachvollziehen. Es gibt zwei verschiedene Versionen, die einen sagen, was abkniepen, also was abschneiden und dann dieses Ex, dieses Wegspringen des Materials. Das ist das eine. Das andere ist, wenn man kniepig ist, dann hält man immer sein Geld in der Tasche. Das ist so, dass dieses Kniep, das kommt auch davon. Also man weiß es nicht mehr hundertprozentig. Aber dann bist du mit der Ex kniepig. Ja, wenn das Geld weg ist, ist es weg. Ist wie der Ex, dann ist es weg. Aber ja, finde ich interessant, dass die Herleitung des Namens gar nicht hundertprozentig bekannt ist. Aber da habe ich jetzt mal eine Frage an den Experten hier. Spreche ich es Knipex oder Kniepex? Kniepex, also die Betonung liegt ganz leicht auf das I, obwohl da kein E hinter ist. Weil es ist ja auch kein Doppel-P, ne? Ich habe nämlich früher, da schäme ich mich auch heute für, da habe ich früher oft Kniepex gesagt, aber... Nein, man sagt immer Kniepex, aber warum auch immer, das I wird etwas mehr betont. Gibt es auf YouTube ganz viele Videos, gerade im englischen Bereich, how to pronounce Kniepex. Kniepex hat eine riesen Fan-Gemeinde, international, ne? Ihr habt ja wahrscheinlich das Video gesehen, als ich in Texas war, in diesem riesen Werkzeuggeschäft. Falls nicht, wir blenden das noch gerade ein. Und der Kollege dort war ja auch von euren Produkten sehr begeistert. Und er hatte ein eigenes Regal mit Kniepex-Zangen in Amerika. Und das waren, muss ich sagen, auch mit die hochpreisigsten Zangen, das war natürlich dann auch Importware, klar. Aber er sagte, die Leute sind wirklich bereit und geben das extra Geld dafür aus und schwören da drauf. Er sagte, hier kommen Kunden, die kennen vielleicht die Marke nicht, die kaufen eine Zange, die kaufen nichts anderes mehr. True Story, also hatte wirklich so gesagt. Das ist in den USA so. Wir sind da mit einer der teuersten Marken, einfach aufgrund des Importes, den wir da haben. Aber es ist so, dass wir da unsere Fanbase immer größer wird. Denn es ist wirklich so, wenn die einmal damit gearbeitet haben, sind die oft so begeistert, dass sie dabei bleiben. Wir wollen natürlich jetzt hier keine Lobudelei machen, obwohl ihr zahlt ja den Talk hier. Aber ich habe mich auch gefreut über viele Kommentare in dem letzten Livestream. Da haben wir euch ja auch Fragen gestellt, die wir auch heute beantworten. Und ihr habt immer gesagt, ihr findet das gut, dass wir trotzdem daraus keine Werbeveranstaltung machen, sondern auch kritische Fragen stellen. Und wir haben kurz Vorgespräch gehabt und du hast da auch mit gar kein Problem. Weil selbst manche Fragen, die gleich kommen, wo es auch darum ging, dass vielleicht mal ein Produkt kaputt geht oder halt nicht so die Performance. Da hast du auch Erklärungen für, die für mich schlüssig klingen. Kommen wir aber zu. Es wird wieder ausführlich. Also wenn ihr jetzt noch überlegt, ob ihr gleich noch einen Termin habt, Termin absagen. Die letzten Talks gingen so anderthalb, zwei Stunden. Da kommen wir auch hin. 40er Jahre hast du gesagt, da kam dann der Name Kniepacks. Genau, dann kam der Name Kniepacks. Aber immer noch als Familienunternehmen der Putschfamilie. Genau, immer noch im Familienbesitz bis heute, in vierter Generation. Also wenn bei euch in der Geschäftsführung ein Putsch stattfindet, dann ist das was Positives. Genau, wenn da ein Putsch stattfindet, dann ist das nichts Schlimmes. Nein, dann ist das Alltag. Was ich mal interessant finde, du bist in einem Unternehmen, gerade ein Familienunternehmen, was auch Inhaber geführt ist. Da hast du ja auch eine gewisse Kultur. Du hast ja die Leute, die ihr Produkt leben. Was ist bei euch da für eine Stimmung? Wie ist die Firmenleitung so? Wie tickt die? Wie ist die drauf? Die Stimmung ist sehr familiär. Also der eine hilft dem anderen. Das ist nicht so ein Geschacher oder eine Ellbogenmentalität, wie man das vielleicht schon von anderen Firmen kennt. Sondern der Putsch kommt regelmäßig runter, schaut in die Abteilungen rein, spricht mit den Leuten auch auf dem Gang. Und es ist alles sehr, sehr familiär. Also man fühlt sich, im Prinzip ist es eine zweite Familie. Du hattest vorhin was gesagt, glaube ich. Da ging es um diese Zange. Es gibt ja hier die Mini-Kobras. Die haben wir euch auch schon öfter gezeigt. Und ihr habt immer gesagt, sieht zwar vielleicht für den einen oder anderen aus wie Spielzeug, ist aber echtes Werkzeug. Und dann kamt ihr auf einmal um die Ecke und habt sowas gehabt, die XS. Der Hintergrund hierbei ist, dass die Mini-Cobra hier im Prinzip so super gut angekommen ist, wo wir überhaupt nicht mit gerechnet hätten. Weil wir von vornherein gesagt haben, wer braucht sowas Kleines, das ist ein Spielzeug. Der Markt und unsere Kunden und unsere Fans haben uns eines Besseren belehrt. Der Herr Putsch, der mag halt auch gerne kleine Sachen, die er so in der Tasche dabei haben kann, was nicht viel Platz wegnehmt. Und sagte dann, Mensch, lasst uns doch noch was Kleineres machen. Und dann haben wir gesagt, aus der Technik, ob das das Richtige ist, das ist schon so klein, ob das so gut ankommt. Also wir hatten so ein bisschen unsere Zweifel. Und dann haben wir im Prinzip diese beiden rausgebracht und die sind eingeschlagen wie eine Bombe. Man muss auch dazu sagen, man hat einen extrem hohen Haben-Wollen-Faktor. Jeder, der hier arbeitet, hat mittlerweile so ein Set. Ja, weil Haben ist besser als Brauchen. Und das ist wirklich krass, weil, was man nicht vermutet, dass man wirklich hier auch Kraft aufbringen kann. Und gerade hier, wenn du eine Schraube festdrehst, also eine Mutter festdrehst oder auch mal was kontern willst, das funktioniert perfekt. Also die unterliegen den gleichen Qualitätsanforderungen wie unsere anderen Zangen. Das heißt, die durchlaufen alle Prüfungen, alle Tests, alle Belastungen, werden eins zu eins umgemünzt auf die Größe dann. Und dann müssen die auch entsprechende Standards erfüllen. Hast du eine Ahnung, wie viele Zangen ihr im Sortiment habt? Wir haben aktuell über 2000 verschiedene Zangen im Sortiment. 2000? 2000 verschiedene. Krass. Wobei, das denkt man ja schon, dass es zum Beispiel eine Cobra gibt. Dann gibt es ja die Cobra als 125er, 150er. Was kommt dann? 250 haben wir, 400, 560, 300. Genau, 560, das ist, wir kennen das ja als Meister Röhrig-Gedessnig-Zange, ihr erinnert euch. Aber 2000 Zangen, dann macht ihr eben aber wahrscheinlich auch Unterschied, dass ihr sagt, okay, es gibt die Cobra mit dem Griff und mit dem Griff. Das ist dann ein weiterer Typ. Genau, das ist ein Typ. Wir haben um die 140 verschiedene Schmiederohlinge, aus der dann die verschiedensten Zangen produziert werden können. Okay, also 140 sind dann wirklich komplett andere Gattungen. Genau. Aber hier ist ja jetzt wenig, ihr mit Schmieden, ne? Das heißt, das ist ja dann, das kommt ja noch on top. Das ist mit inklusive, tatsächlich. Also das ist die gesamte Range, die 2000 ist die Range, die wir komplett anbieten. Okay. Oder über 2000. Hier ist ja auch eine Sache, wo man vielleicht denkt, okay, ich kenne jetzt Kniepacks, also woran denke ich bei Kniepacks sofort, ist für mich eine Cobra, eine Kombizange, ein Seitenschneider. Das ist das Traditionelle, wo wir auch mitgestartet sind. Genau. An sowas oder hier auch an solche Sachen denke ich ja vielleicht nicht im ersten Step, aber macht ja Sinn, weil das ja eigentlich auch so das Portfolio ist. Handwerkzeug in dem Sinne, was kneifen, was quetschen, was im Prinzip, wo ich hier so einen Zangenmaul habe, wo irgendwie was zusammen geht, ne? Irgendwo. Genau, die Industrien entwickeln sich ja weiter und man muss halt am Ball bleiben, denn nur mit einer Kneifzange würdest du heute ja gar nicht mehr überleben. Die Kneifzange an sich ist ja, muss man einfach sagen, rückläufiges Produkt, sondern ich brauche es, wofür brauche ich es eigentlich nur noch, um einen Nagel aus einer Palette zu ziehen. Ansonsten ist eine Kneifzange jetzt, ich sage mal, nicht mehr so wie früher das Allround-Werkzeug und man muss sich natürlich dem Markt, den Industrien anpassen und dementsprechend wird die Produktpalette dann immer größer. Jetzt habt ihr über 2000 Zangen, wie viel Stahl wird da verarbeitet? Wie viel Zangen macht ihr im Jahr? Wir machen fast 15 Millionen Zangen pro Jahr und brauchen im Monat tatsächlich 790 Tonnen Stahl. Im Monat? Im Monat, um die zu produzieren. 790 Tonnen Stahl. Wie wird der Stahl da angeliefert? Das sind Drahtcoils im Prinzip und ich habe mir mal einen mitgebracht, das ist jetzt ein Abschnitt. Daraus werden dann verschiedenste Zangen, die gibt es dann in verschiedenen Längen und verschiedenen Dicken und das ist dann auch gleichzeitig der Schmiede-Hohling für unsere Zangen. Wie krass. Daraus wird eine Wasserpumpenzanne? Daraus wird die Cobra zum Beispiel. Krass, aber nicht alle in einer Stärke. Es gibt noch dickere. Genau, es gibt dickere, dünnere, längere, kürzere. Also wir bekommen es auf dem Coil und schneiden die dann in der Länge ab, wie wir es brauchen. Coil heißt aber, das Ding ist aufgerollt. Also wir sehen das ja dann auch noch wirklich in der Fertigung. Freue ich mich schon echt mega drauf. Aber ja, klar, es ist ja auch ein Stück. Ja, ein Schenkel ist immer ein Stück. Also ich hatte bisher mir überhaupt noch keine Gedanken gehabt. Ich hätte gedacht, okay, vielleicht habt ihr irgendwie so Stahlblöcke, die schmelzt dir ein und dann kommt das aus irgendeiner, ihr kommt in irgendeine Gussform. Wobei, dann wäre es ja gegossen und nicht geschmiedet. Genau. Und dann wäre es ja nicht so hart schon, aber spröde. Du hast ja nicht die Stabilität und die Belastung, die du brauchst, wie wir es bei den Zangen brauchen. Gerade bei so großen Zangen, die dann doch schon extremen Anforderungen unterliegen. Wenn man mal so Bilder oder Rückmeldungen von einigen Kunden bekommt. Beispiel bei der Großen ist ein ganz schönes Beispiel. Die Bahn hat ja die Güterwagen und die haben Feststellbremsen. Und wenn die schon mal festsitzen, dann haben wir Bilder bekommen, wie sie die auf die Achse setzen, auf die Bremse. Und dann den Schotter unterm Gleis wegmachen, Kettenzug, 5 Tonnen und dann so lange ratschen, bis die Bremse sich löst. Also das ist wirklich so ein Problemlöser. Wenn gar nichts mehr geht, dann die Cobra XL. Also, wenn ihr demnächst mal wieder auf die Bahn wartet, die zu spät kommt, dann wisst ihr, die hatten keine Cobra am Start, ne? Ja, krass. Und wie viele Leute arbeiten bei euch dann? Wir sind aktuell etwas über 1800 am Standort Wuppertal. 1800? Ja. Da sind ja fast so viele Leute wie bei uns. Nicht. Nicht. Krass. Ja, also das ist halt auch wirklich, das alles, was hier geschmiedet liegt, kommt auch wirklich aus Wuppertal-Kronenberg. Es gibt nur diesen einen Fertigungsstandort weltweit. Und von da aus geht das in über 140 Länder, wo wir eigene Mitarbeiter haben. Das finde ich ehrlich gesagt bewundernswert, weil wenn man überlegt, wie viele Firmen ja mittlerweile auch eine Produktion im Ausland haben, gerade im Werkzeugbereich. Es gibt ein bekanntes Unternehmen, kennt ihr, die sind, glaube ich, in Tschechien. Viele gehen natürlich auch vielleicht nach Fernost wegen Lohnkosten. Aber ihr sagt, lohnt sich nicht mit Lohnkosten. Lohnkosten ist, das Problem ist auch die Qualität zu kontrollieren. Dass man das bekommt, was man haben möchte. Und der größte Faktor hier, neben Stahl, ist tatsächlich einfach der Mann vor Ort oder die Frau vor Ort, die da arbeitet und die zusammensteckt, die die schleift, die die pliestet, die die härten. Die die was? Was ist pliesten? Bleifen. Polieren. Ist das umgangssparlich? Ist das Fach der Mann? Das ist aus dem Bergischen. Das Pliesten ist, der Pliester ist ein eigener Beruf gewesen. Mensch, da habe ich aber gestern wieder gepliestert. Holla, die Waldfee. Aus dem Bergischen kennt man den Begriff. Ja. Ihr kennt das wahrscheinlich auch. Gibt natürlich viele Leute. Wahrscheinlich guckt eure ganze Belegschat sowieso das Video. Ich hoffe es mal. Schaut zu. Ich würde sagen, das ist das Stichwort. Wir räumen jetzt erstmal ein bisschen auf und dann erzählst du mir mal, für was ist welche Zange gut. So, eins, zwei, drei. Und schon ist der Tisch etwas leerer und übersichtlicher geworden und die Produktgruppe heißt? Wasserpumpenzange. Genau. Die Wasserpumpenzange, dein unbekanntes Wesen in der Werkzeugkiste oder in der Werkstatt. Ja, Wasserpumpenzange, würde ich auch sagen, ist eine der Top 3 Zangen, die man haben sollte. Auf jeden Fall. Und sie gibt es in unterschiedlichsten Formen von Knipex. Wir haben einige davon in der Werkstatt, aber nicht alle, wie ich jetzt sehe. Und dieser Kollege sieht zwar aus wie eine Wasserpumpenzange, ist aber keine, ist ein Zangenschlüssel. Da kommen wir gleich dazu. Wir haben natürlich wirklich auch verschiedenste Varianten größentechnisch. Brauchst du eine kleine Wapu? Sagst du Wapu oder Wapuza? Wapu. Wapu? Wapuza? Das wäre jetzt unbekannt tatsächlich. Das haben Leute schon geschrieben unter Kommentaren. Ich sage auch Wapu. So klein oder so. Entscheiden Sie sich jetzt. Das finde ich schon wieder cool, weil ich meine, welcher Hersteller hat so eine Bandbreite, oder? Was ist denn die gebräuchlichste Wasserpumpenzange? Also die gebräuchlichste Größe? Der Klassiker ist die 250er. Die hat eigentlich jeder Installateur, egal aus welcher Branche du bist, auch zu Hause. Das ist eigentlich so die Größe. Die ist immer noch klein, handlich, hat einen großen Verstellbereich. Also da kann ich so die ganzen Alltagssachen, kann ich damit noch hervorragend erledigen. Von da ist das wirklich der Klassiker schlechthin. Jetzt hat man gerade gesehen, die habt ihr wahrscheinlich auch irgendwie frisch aus der Produktion mitgenommen. Genau. Und du hast jetzt hier ein bisschen Öl. Ist jetzt aber auch nichts Schlimmes, wenn ich das kaufe und es ein bisschen ölig. Nein, im Gegenteil. Öl ist konservierend. Ist erstmal immer super. Und die Zangen werden bei uns immer komplett, also in dem Fall bis hier, einmal in Öl getaucht, dass wir da sicher sind, dass die Zangen gut gängig sind, aber auch krosionsgeschützt beim Kunden ankommen. Denn wir haben ja hier gepliestete Flechten. Das heißt, ich habe hier offenen Stahl. Der ist nicht geschützt, außer durch das Öl, was wir da drauf packen. Und wenn man das nicht regelmäßig macht, kann natürlich mit der Zeitflugrost entstehen. Und was man dagegen machen kann und wie auch immer, kommen wir auch noch zu. Wir müssen aber so ein bisschen mal hier Struktur reinbringen bei über 2000 Sangen. Ist das eine Herausforderung? Ich bin ja auch immer ein Fan der ganzen Historie von dem Unternehmen, von den Produkten. Und ich habe gesagt, bringt mal ein bisschen altes Eisen mit, im wahrsten Sinne des Wortes. Die sind alle jetzt nicht mehr aktuell im Programm? Die ersten drei sind nicht mehr im Programm. Die haben wir noch im Programm. Ja. Und das ist im Prinzip das älteste Eisen, was wir jetzt hier auf dem Tisch haben, um die 1930 rum. Die Mutter a la Vapus. A la Wasserpumpenzangen, genau. Da ist auch noch die Besonderheit bei oder unter Sammlern ist es sehr begehrt, dass da noch CGP für Carl Gustav Putsch draufsteht. 42 rum hat man dann ja den Namen Knipex eingeführt. Diese Mischung CGP und Knipex lief ungefähr bis 1960 rum und ab da war es dann rein Knipex. Also CGP, Carl Gustav Putsch. Genau, für Carl Gustav Putsch. Und die wurde dann produziert in der Form bis? Bis in die 50er rein. Ich hätte jetzt gedacht, du musst jetzt irgendwo einen Joker anrufen in Kronenberg, aber krass. Also ich sage mal, dann ist diese Zange, wenn wir vielleicht bis in die 50er, dann ist diese Zange auf jeden Fall mindestens um die 70 Jahre alt. Ja. Und sieht nur aus wie neu, fast. So, das heißt, Verstellmechanismus ist schon so, dass ich sie einmal so anwinkele und dann kann ich sie verschieben. Genau. Verschiedene Raststufen. Und wie ist das mit der Zahnung? Ist die Zahnung schon so gegenläufig oder ist das einfach? Nein, damals kannte man das noch nicht, sondern da hat man einfach gesagt, je mehr Zähne da sind, umso aggressiver ist es. Und hat sie einfach, ich sage mal, gleichmäßig ausgerichtet, ohne jetzt, wie es heute gemacht wird, über Drehrichtung, Kräfte und sowas drüber nachzudenken, sondern da war es, je mehr Zähne ich habe, umso griffiger ist es. Aber, wenn du mal guckst, ne, die schließt ordentlich. Das ist immer noch Qualität. Das ist immer noch Qualität. Auch wenn es jetzt 70 Jahre altes Eisen ist. Ich sage mal, ihr kennt ja unsere legendären Werkzeugkoffer-Tests mit wie vielen Teilen? 2.000 Teile für 79 Euro. Alter, was ist das denn? Das ist doch Realsatire, was hier gerade abgeht. Da sind teilweise Wasserpumpenzangen drin, die vom ersten Anschein so ein bisschen so einen Eindruck machen. Das böse Erwachen kommt aber, wenn du damit arbeitest oder die einfach mal in die Hand nimmst, da graut es ein. Und hier denke ich, jo, das passt, ne? Tropfen Öl dran, es läuft noch besser. Ja, aber die ist zwar irgendwie rustikal, aber das fühlt sich nach Qualität an. Und, was ich gerade so denke, sag ich mal, 30er Jahre, da hatten die ja wahrscheinlich noch nicht so viel, irgendwie zwei Komponenten, PU-Griffschalen oder irgendwas. Das war einfach hier geriffelt. Und diese Rifflung, die kenne ich irgendwo her, nämlich von denen, ne? Genau. Ist das so ein bisschen Retro-Style? Zwei Punkte tatsächlich, einmal Retro-Style, weil das doch auch mal immer wieder von Kunden der Wunsch kommt, dass man sowas wieder mit ins Programm nimmt. Aber das Problem bei dieser Größe ist halt einfach, wenn ich da solche Griffe drauf mache, dann wird das Ganze zu dick, zu klobig und das passt nicht mehr zu dieser kleinen, filigranen, schlanken Zange. Und da haben wir gesagt, dann wäre im Prinzip Back to the Roots, so wie wir es früher hatten, wäre dann genau der richtige Weg. Ich finde ehrlich gesagt, das macht es auch aus, ne? Den Charme dieser Zange. Ja. Also das ist so Back to Basics. Schlicht und elegant. Trotzdem unheimlich wertig. Ich finde hier, du hast so eine Griffmulde, ne? Für einen Daumen, für ein paar Stellen. Oder ist das jetzt Zufall, dass ich immer denke, das ist... Das ist im Prinzip in Anlehnung an unseren klassischen Cobras hier, um die Familieneinheitlichkeit zu haben. Aber wir haben ja den Druckknopf nicht mehr. Ja, genau. Und da haben wir einen anderen Verstellmechanismus, aber um Dart beizubleiben. Ja. Also im Prinzip ist das hier. Ah, okay. Ah, also normalerweise hat es ja bei der Cobra den Druckknopf. Da wäre der Druckknopf, genau. Druckknopf ist Cobra, kein Knopf ist Alligator, ne? Alligator, ja. Kann man auch sehr schön unterscheiden. Wer mit einer Cobra oder mit einem Alligator arbeitet, dann kann man schon meistens sagen, welche Berufsgruppe das ist tatsächlich. Denn da, wo es richtig rau, viel Verschmutzungen im Erde, Straßenbau, Maschinenbau, die nehmen ganz gerne den Alligator einfach aufgrund dessen, dass der Schmutz und Verschmutzungen hier viel besser rausgehen. Ja. Also ich kann es durchpusten, ich kann es bewegen, ich kann einmal durch den Eimer Wasser ziehen, ist er sauber. Während alles, Mechaniker, Kfz-Mechaniker, Industriemechaniker, alles viel, was in Gebäuden drin ist, wird die bevorzugt, weil da die Verstellung einfach feiner ist. Wäre aber, wenn ich damit in der Erde wühle, schmutzanfälliger. Ja klar, weil du ja diesen Feder-Mechanismus hier hast. Genau. Ich habe einfach viel mehr Elemente. Und die Zahlung ist ja hier feiner, ne? Genau. Ich muss mal kurz überlegen, ich glaube, die erste Cobra hatte ich 97 oder 98, so um den Dreh, kann das sein? Die erste Cobra ist tatsächlich 1984 erschienen. Auch schon ein Knopf. Genau, auch schon ein Knopf. Krass. Also das ist die Ur-Cobra? Das ist die Ur-Cobra aus 1984. Das ist ja auch krass. Das hat man ja oft. Manche Sachen sind doch so einfach, dass man denkt, warum bist du da nicht gleich drauf gekommen? Und ich würde jetzt hier denken, warum habt ihr diesen Knopf nicht gleich größer gemacht? Aber da war wahrscheinlich die Idee gekommen, wir machen erst eine Wapu mit einer Rastung und mit einem Knopf, mit einer Arretierung. Ja, da ging es dann um das System. Ja, da hast du einen Knopf. Und dann kam man irgendwann drauf, ja, das könnte man vielleicht noch ergonomisch optimieren. Und jetzt hast du den größeren Knopf, der sich natürlich angenehmer anfühlt. Also ich hatte, glaube ich, schon die größere Variante, aber ich kannte das gar nicht. Ich kannte immer diese normalen Wasserpumpenschlangen, die vielleicht, also die läuft jetzt extrem geschmeidig, vielleicht war es auch keine Kniepacks, aber ab und zu war das mal irgendwie so ein bisschen, lief nicht so fluffig. Und dann hatte ich das und vor allen Dingen brauchst du die ja nicht mehr, also die kannst es ja so nicht verstellen. Du musst immer so arbeiten. Bei der ist es halt so, die muss ich vor meinem Werkstück einstellen. Das heißt, ich muss abschätzen oder messen, wie groß mein Werkstück ist. Und die kann ich halt über den Druckknopf einfach hier betätigen, direkt am Werkstück dran gehen, einstellen und arbeiten. Und bei der Alligator muss ich es halt vorher abschätzen, sagen, okay, das ist die Größe und ich arbeite dann. Und bei mir ist es noch so ein Faktor, ich weiß nicht, ob ihr das auch fühlt, ich könnte mir vorstellen, ja. Wenn du so ein Werkzeug hast und du drückst hier und dann machst du das und dann rastet das hier und es ist so was Schönes, Mechanisches, was Wertiges, was wiederum Spaß macht. Es hört sich nicht nach Blech an, es hört sich nach Substanz an. Ja, aber allein, dass du so einen Knopf hast mit der feinen Rastung, mega. Also das ist für mich schon dann das Argument, eine Cobra zu haben, keine Alligator. Es sei denn, haben wir jetzt ja gelernt, wir gehen quasi dahin, wo es schmutzig wird. Wo es richtig schmutzig ist, da wird dann der Alligator bevorzugt. Haben wir gesehen. Dann haben wir die Weiterentwicklung. In den 90ern sind wir dann hier und in den 2000ern sind wir dann hier gelandet. Das sind ja auch schon Alligatoren. Genau. Ich könnte jetzt nicht unterscheiden, also ist das jetzt auch 80er Jahre. Der Unterschied besteht darin, dass das nochmal ein Versuch war, über mehr Abstufungen reinzubekommen. Das heißt, man hat hier dann erstmal auf ein Rillengelenk gesetzt. Gibt es heute tatsächlich so noch zu kaufen bei einigen Anbietern. Stimmt. Wurde dann aber von uns, ja ich sag mal, nicht mehr favorisiert, sondern man hat dann versucht, dieses System hier zu optimieren, zu verbessern und ist dann auf dieses System gekommen. Was so ähnlich ist, aber ich habe hier keine Schraubverbindung mehr, sondern einen eingepressten Nied, wie ein Halbmond, den ich dann einfach so bewege und dann in dieser Position, wo ich möchte, den Dreh und dadurch fixiert er sich. Hat den Nachteil natürlich, wie beim System, wenn ich den hier falsch ansetze und jetzt unbedingt Kraft darauf geben muss, dass irgendwann das Gewerbe leidet und die Verstellung dann nicht mehr richtig funktioniert und dann muss ich halt eine neue Zelle kaufen. Was leidet? Das Gewerbe hier. Also der Weg. Das Gewerbe? Ja. Sagt man dazu? Ja. Also ich bin so ein bisschen zwischendurch sprachlos, weil ich ratter die ganze Zeit, weil ich denke, krass, weil man lernt so viel dazu bei unserer Sendung, aber mir geht es ja genauso. Deswegen so quasi mal aus dem Nähkästchen geplaudert. Marc-André kam hier an und wollte mir dann teilweise schon zu bestimmten Themen viel erzählen. Ich habe gesagt, erzähl mir nichts, weil ich will ja neugierig bleiben und erst in der Sendung mit euch schlau werden. Das heißt, wir werden zusammen schlau, das ist ja auch was Schönes, aber man sieht natürlich auch, die Grenze ist, der Verstellbereich kann ja nur so fein maschig sein, oder engmaschig, wie auch immer, wie die Sanit ist. Genau. Kann nicht kleiner sein. Nein, kann nicht kleiner oder nicht größer sein, er ist exakt darauf angepasst. Das heißt, ich habe da natürlich immer einen gewissen Sprung bis zum nächsten Maß, was dann über die Cobra verändert worden ist, dass ich eine viel feinere Abstufung habe. Allein das, ja, denkt man auch vielleicht nicht drüber nach, wenn man einfach mit dem Zangen so, okay, da ist halt ne Schraube, ja, funktioniert halt. Ist die Frage, ist das für euch in der Fertigung dadurch effizienter, einfacher geworden? Wahrscheinlich, ne, oder? Oder sagt ihr, der Aufwand ist mehr Aufwand, das so zu machen, als einfach hier ne Schraube, und Loch und ne Mutter drauf? Also in der Fertigung ist diese Variante etwas einfacher. Die Schmiedegesenke leiden nicht so stark wie hier und ich habe diese ganze Schraubarbeit nicht, die ich hier habe, da diese Niete eingepresst werden. Ja, und hier muss wirklich einer sitzen und das ganze gute Stück hier siehst du ja kreuzt und mit einer Mutter verschrauben. Und dann darfst du es nicht zu fest anziehen, weil dann kannst du es nicht mehr bewegen, es darf nicht zu locker sein, weil du sonst zu viel Spiel hast. Also das ist dann schon, bedarf schon, eine echte Einstellarbeit. Und, was man natürlich auch sieht, das ist ja, wie nennt man die beiden Teile hier eigentlich? Du hast einen Innenschenkel und einen Außenschenkel. Okay, die Schenkel. So, das heißt, die Schenkel liegen hier aufeinander. Bei der Variante ist es ja dieser Schenkel innenliegend, ne? Genau, sind schon durchgesteckt. Heißt dann aber auch, ich stecke die durch und erst dann kommt der Kollege da rein. Genau. Ja, das heißt, ich muss das Gewerbe hier aufweiten, damit ich den Schenkel überhaupt durchbekomme, weil der ist ja dicker hier im Greifmaul. Ach ja, stimmt. Ja, da denkst du ja auch nicht drüber nach, ne? Klar, das ist ja dicker. Ich freue mich schon mega, wenn ich bei euch bin. Und das ist ja auch das Spannende, weil hier bekomme ich ja Antworten auf Fragen, die ich mir vorher noch gar nicht gestellt habe. Aber wenn du dann genau drauf guckst und ein bisschen grübelst, ja klar, wie machen die das? Okay, also von daher wird es spannend, wenn ich bei euch bin. Auf jeden Fall. So, das Thema Wapu hatte aber dann irgendwann noch eine Sache mit der Zahnung, ne? Und deswegen haben wir ja auch dieses Gerät hier. Das ist eine Zahnung, die besonders kräftig ist, weil sie... Selbstklemmend nennen wir das, denn man hat das Problem im Prinzip wie bei der ersten hier, wo die Zähne ja einfach mehr oder weniger 90 Grad zum Werkstück sind, wo man gedacht hat, das hält sehr gut. Hat man aber festgestellt, es funktioniert halt nicht, sondern die Gefahr besteht einfach, wenn ich drauf drücke, dass sie durchrutscht. Und dann klemme ich mir ganz, ganz böse die Finger. Und da haben wir sehr, sehr lange dran rumgetüftelt, um die Geometrie so zu gestalten, dass wir von unserer Selbstklemmung sprechen. Das heißt, wenn ich so wie hier die Zange einmal ansetze und zupacke, dass die auch an Ort und Stelle bleibt und du eben nicht abrutschst, wie es bei vielen, vielen anderen der Fall ist. Das Rohr ist jetzt für diese Zange ein bisschen zu klein, aber es kann schon gut sein, ich brauche nur noch hier oben drauf drücken, nicht wie bei vielen anderen. Wenn du da einmal runterdrücken magst, dann genau. Wo ich immer beides festhalten muss, sondern ich kann einfach nur hier oben drauf drücken und die bleibt da, wo sie ist. Also ich muss nicht zwanghaft beide zudrücken. Okay, weil die Oberseite will ja quasi nach da abrutschen und die Unterseite will ja nach da abrutschen. Und dann muss ich dir die Zähne so gegenläufig... Genau. Du sagst, das ist aber eigentlich für diese Zange nicht gedacht, weil du siehst natürlich, wenn du jetzt hier... Genau. Die Maulweite ist hier schon zu gering eigentlich für die Oberweite. Genau, die ist eher für größere Sachen geeignet und die ist dann für kleinere. Wie stelle ich denn jetzt zum Beispiel eine Wapu optimal ein? Weil, ich sag mal, ich könnte ja so machen, ich kann aber, und das hat gegriffen, ich kann aber auch etwas weitermachen und greift auch. So, was ist optimal? Optimal ist, dass sie im geschlossenen Zustand ungefähr so in der Hand liegt, dass ich also vernünftig herumgreifen kann. Also alles, was in diesem Bereich ist, ist nicht ergonomisch oder alles, was in diesem Bereich ist, ist nicht ergonomisch. Also du musst genau im Prinzip dazwischen liegen, also wirklich tatsächlich so in diesem Bereich. Und das kann man halt sehr gut einstellen, nämlich einfach den Knopf drücke, die Zange ranschiebe und dann greife und dann habe ich... Da brauche ich dann jetzt aber nicht Angst haben, dass ich dann quasi schon hier am Limit bin und keinen Druck mehr ausüben kann. Nein, das kann ich ja immer so einstellen, dass ich da noch Druck ausüben kann. Okay. Dann müssen wir einen enger machen. Das ist halt auch wieder der Vorteil, wenn du merkst, dass es nicht passt, stellst du einfach einen enger und dann funktioniert es wieder. Kannst du dich da jetzt draufstellen, oder was? Ich als schlanke Gazelle kann das. Zeig mal. Marc-André wettet, dass er auf einer Wasserpumpenzange mit seinem Lebendgewicht von rund 100 Kilo frei stehen kann. Wie lange? 24 Stunden? Ja. Wir machen da einen Zeitraffer raus, ne? Ich würde sagen, top. Die Wette gilt. Okay, ich halte mal ein bisschen Sicherheitsabstand. Gut, er hält jetzt 2 Kilo und nimmt er jetzt... Nur das Gleichgewicht. Ich nehme die Fingerspitzen. Okay, nur die Fingerspitzen. Krass. Damit offiziell bestätigt, Sie sind nominiert als Wettkönig. Oha. Ja, aber krass, dass das so funktioniert. Das heißt aber auch im Umkehrschluss doch, wenn ich jetzt was festziehen will, dann soll ich das so machen. Ja. Oder umgekehrt, ich will jetzt eine Verschraubung lösen, setz so auf und zieh dann so. Sondern dann im Optimalfall, wenn es geht, von der Seite, ne? Genau. Andersrum wirst du auf Dauer abrutschen. Also das wird eine gewisse Zeit lang funktionieren, aber wenn du da zu viel Kraft aufwendest, werden die Zähne einfach überspringen, weil sie genau andersrum ausgerichtet sind. Ist also ein bisschen so wie laufrichtungsgebundene Autoreifen? Ja. Die sind ja auch auf eine Richtung optimiert und was ich mir bei diesen Zähnen halt auch gedacht habe, ist so ein bisschen wie die Innovation der Lamellen beim Winterreifen. Früher gab es ja Winterreifen, einfach nur grobes Profil und dann kam diese Idee mit den Lamellen, die sich beim Abrollen in den Schnee reingraben. Also im Prinzip bei euch eine Zange mit MS-Kennzeichnung, wobei da nicht Matsch und Schnee, sondern mächtig und stark. Merken wir uns. Müsst du aber noch drauf machen. Genau, machen wir. Gibt es dann nur im Herbst. Aber treue Zuschauer wissen jetzt, das Thema Wasserpumpenzange ist im Hause Knipex damit noch nicht komplett ausdekliniert, sondern es gibt auch eine smarte Wasserpumpenzange, die es mir angetan hat. Haben wir auch schon öfter gezeigt. Und da dachte ich, holler die Waldfeder, da haben sie sich aber auch wirklich was einfallen lassen. So, die ist nämlich total abgefahren, weil du brauchst hier gar nichts mehr einstellen. Das kannst du ja auch hier wiederum zeigen. Du machst einfach zu. Und wenn das jetzt dünner ist, machst du auch einfach zu. Und es passt immer. Genau. Die passt sich also immer automatisch deine Materialstärke an, solange es im Kapazitätsbereich ist. Ist dadurch sehr beliebt bei Schweißern zum Beispiel, wenn die heiße Sachen haben, nach Schweißen oder Vorwärmen, um was zu festhalten, zu fixieren oder zu transportieren. Da ist sie sehr beliebt. Hat, auch wenn sie die gleiche Zähnung hat, aufgrund der Öffnungsfeder natürlich nicht die Selbstklemmung wie die klassische Wasserpumpenzange. Das heißt, wenn du die jetzt da drauf setzt, öffnet die und dann fällst du natürlich runter. Also die muss ich immer in der Hand halten. Okay. Das heißt, die ist nicht ganz so kräftig. Also wenn du richtig Iwan im Ärmel brauchst, dann nimmst du eher die. Genau. Dann bleiben wir bei der normalen Cobra. Das ist, wenn ich zum Beispiel eine Hand schon ein Werkzeug habe und muss zum Beispiel kontern oder möchte was festhalten, dann nehme ich die, weil dann brauche ich nichts einstellen, sondern ich greife einfach nur zu und habe automatisch die richtige Einstellung. Ich muss gestehen, ich habe bis heute, glaube ich, auch noch nicht so ganz den Mechanismus verstanden. Das ist so ein bisschen wie Zauberwürfel. Das ist auch gut so. So ein bisschen irgendwie, ne? Aber ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr die im Gebrauch habt und wofür und was für euch das Argument war, würde mich mal interessieren. Euch wahrscheinlich auch. Auf jeden Fall. Ist natürlich preislich ein bisschen teurer. Ich meine so gute 50 Euro kann das. In dem Bereich liegt die, ich glaube, knapp drunter, aber 50 Euro ist eine gute Hausmarke. In dem Bereich hängt aber auch aus zwei Gründen. Einmal natürlich ist der Aufwand, die zu produzieren, viel höher. Das ist das eine. Das zweite ist natürlich, wie es in der heutigen Industrie ist, stückzahlabhängig. Ja, je mehr Stückzahl ich machen kann, irgendwo umso günstiger wird meine Fertigung. Und die ist natürlich nicht, hat nicht ganz so häufig die Anwendung im Vergleich zu der normalen Cobra. Das heißt, die Stückzahlen sind hier auch einfach etwas geringer und dadurch kommt das zustande. Man sieht ja jetzt auch nochmal, wir haben hier Smart Grip. Knopfhoff ist eben hier die Verstellung, die automatische Verstellung oder im Prinzip ja auch Nachführung. Weil das ist ja auch, wenn du nochmal nachgreifen musst oder ja, ans Schweißen hatte ich noch gar nicht gedacht. Aber klar, du hast mal ein Blech, was vielleicht 6 Millimeter ist, dann hast du ein 8er Blech. Genau. Du kannst hier einfach auch ordentlich Kraft aufbringen, damit dir das Werkstück nicht aus der Zange fällt oder aus der Zange fällt. Und du hast natürlich auch ein bisschen längeren Hebel, wenn es mal zum Beispiel etwas warm noch ist, dann hast du ein bisschen Sicherheitsabstand per se. Genau, du verbrennst ja also nicht sofort am Material die Finger, was man sonst mit Handschuhen oder sowas hätte, sondern ich habe halt einfach hier meine 10, 15 Zentimeter Luft. Das heißt, selbst wenn das Werkzeug eine extreme Hitzestrahlung hat, verbrenne ich mir da nicht sofort die Finger. So, und dann hast du noch ein paar Besondere mitgebracht. Das sieht so ein bisschen aus wie diese Kakadu-Zange. Genau, Papageienzange. Oder Papageienzange, genau. In den USA wird es auch gerne als Raptor bezeichnet. Der Kopf ist so gestaltet worden, dass ich da halt wunderbar Sechskantschrauben, die überlackiert sind, die verrostet sind, wo die Ecken rund sind, dass ich also solche Sachen, solche schwerwiegenden Fälle damit sehr gut lösen kann. Pkw-Bereich zum Beispiel hast du auch Bremsleitungen. Da gibt es manchmal solche Blechstanzschlüssel, sage ich mal, um die zu lösen. Die verguckst du relativ zügig. Und da sind die Kfzler immer ganz froh, wenn sie den Raptor haben oder die Schraubzange, wie sie bei uns heißt, um da die Schrauben zu lösen. Haben wir auch schon mal gezeigt. Smartes Werkzeug. Dann eine Wapu, die so ein bisschen auf die Elt war. Genau, das ist unsere Cobra ES, steht für extra schlank oder extra schmal. Das ist im Prinzip der Bereich, wo ich mit einer normalen Wasserpumpenzange vielleicht nicht hinkomme, weil der Kopfbereich einfach dicker ist. Und mit diesen schlanken Spitzen, wenn man das direkt vergleicht, habe ich halt die Möglichkeit, doch nochmal vielleicht den Dübel aus der Wand rauszuziehen, wo ich hiermit nicht drankomme oder einfach an engeren Stellen. Früher bei den LKWs zum Beispiel die Sicherung, die Sicherungskasten, das waren relativ dicke Relais. Und wenn ich das mit einer Spitzange gemacht habe, habe ich immer nur eine Zweipunktauflage gehabt und bin oft abgerutscht. Und hier, wenn ich das so öffne, habe ich hier halt doch recht ein paralleles Maul. Ich bin trotzdem noch so schlank, dass ich zwischen den einzelnen Sicherungen komme und konnte die so besser rausziehen. Abgefahren. Du sagtest früher, jetzt nicht mehr? Ja, die Elektronik hat sich natürlich alles verkleinert. Das sind Kanbus-gesteuerte Sachen, da hast du nicht mehr die Relais-Blöcke da. Aber auch wie abgefahren. Also hattet ihr das mit dieser Anwendung im Kopf entworfen oder war dann, okay, wir machen einfach eine Vapu, die etwas schlanker ist und dann kamen Leute auf die Idee, ey, das können wir gerade für diesen Anwendungsfall. Genau, das ist das Schöne. Wir haben natürlich immer gewisse Ziele und Kundenprobleme, die wir versuchen zu lösen. Das war tatsächlich ein Resultat daraus. Also es war nicht unser Plan, die speziell für die LKWs zu produzieren, sondern das war dann das Kundenfeedback, dass sie gesagt haben, Mensch, super Zange, da habe ich echt drauf gewartet. Endlich kann ich mein Relais tauschen, was kaputt ist. Und dann sagten wir, okay, hat man gar nicht mit gerechnet, aber super, dass es funktioniert. Das kennt ja auch jeder Schrauber. Du hast irgendwie ein Problem, du fängst an und auf einmal öffnet sich ein neues Problem und dann bist du erst mal am Grübeln. Dann hast du vielleicht ein Werkzeug, was sich scheinbar dafür eignet, eignet sich aber nicht gut und dann kommst du auf Ideen und ja, kennt ja jeder. Und dann freut man sich nachher auch wie Bolle. Absolut. Irgendwo was hat, was dann wirklich der Problemlöser ist. Und wir haben ja euch zum Beispiel auch mal diese kleine Daumenratsche gezeigt. Das gibt es auch viele Kfzler, die sagen, mega Problemlöser. Aber tatsächlich gibt es auch Kfzler, die sich ja schon gemeldet haben, dass sie mit der Zange wirklich sehr glücklich sind, wenn sie irgendwo im Motorraum, in engen Bauräumen sind. So ist es. Dann geht es aber noch weiter. Die ist rein für die Optik oder nicht, ne? Genau, das ist einfach nur, damit man aus weiter Entfernung sein Werkzeug erkennt. Was? Nein. Ja, ja. Jetzt hat er ihn nicht, ey. Das ist unser Alligator und wir haben hier einen Zwei-Komponenten-Griff drauf, der für mehr Ergonomie sorgt. Gerade wenn ich große Hände habe, ist das sehr angenehm, weil einfach die Druckfläche auf der Hand vergrößert wird. Ich habe das nicht so eine punktuelle Belastung. Und dann ist diese Zange verchromt. Das heißt, wenn ich da jetzt zum Beispiel im Bereich draußen Einsatz, Erdarbeiten bin, rostet mir die einfach nicht so schnell. Das heißt, der Chrom schützt die Zange vor Korrosion. Also die ist aber nicht komplett rostfrei edelstahltechnisch so irgendwie. Die kann auch irgendwann Rost ansetzen, gerade wenn die Verchromung wahrscheinlich irgendwo mal leidet. Wenn die Verchromung abplatzen sollte, dann ist der Stahl natürlich darunter offen und dann kann sie an der Stelle korrodieren. Ich hätte jetzt auch noch irgendwie so gedacht, Sanitärbereich wie bei so einem Zangenschlüssel, von wegen hier Schonung der Oberflächen, wenn du mit einer vollkromten Zange hier, aber das macht ja gar keinen Sinn, weil du hast ja hier die Zahnung. Genau, die Zahnung ist da. Also der Chrom hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich damit sensibler Werkstücke greifen kann, sondern es ist wirklich rein als Korrosionsschutz gedacht. Okay. Damit das Thema verschiedene Zangengriffe. Wie nennt ihr diesen Griff? Das ist ein Zwei-Komponenten- oder ein Komfortgriff, wie wir es nennen. Und im Vergleich zu der Standardversion, die dann einfach einen eingetauchten Griff haben. Quasi ein Tauchlack? Das ist eine Tauchpaste, genau. Eine Paste? Genau. Das ist eine dickflüssige Paste, die dann gut hier eingetaucht werden. Sehen wir auch dann, wenn wir bei euch sind. Aber was ich ja hier mutmaße, man sieht immer hier so Tropfenden, ist das so? Genau, das sind die Tropfenden. Die wird getaucht und da bleibt halt so ein bisschen so ein Ende hängen. Ganz genau. Das ist auch ölresistent? Genau, ölresistent, lackresistent, gegen gewisse Alkoholresistent. Viele werden wahrscheinlich auch den Unterschied kennen. Aber wenn ich jetzt so eine Vapu habe und dann nehme ich halt diesen dickeren Griff, das ist so ein bisschen wie Einkaufstüte und so ein YouTube-Beutel mit breiten Griffen. Macht keinen Unterschied, wenn du da jetzt nichts in der Tüte hast. Aber wenn die Tüte voll ist, dann macht sich das bemerkbar. Aber wiederum, wenn es jetzt eng wird, sag ich mal von der Öffnung oder so, dann sind das ja auch ein paar Millimeter, die vielleicht dann schon auch wiederum Nachteil sein könnten, je nach Anwendung. Ja, definitiv. Dann hast du aber hier so einen Griff und ich bin jetzt auch nicht so ganz unbedarft in dem Thema. Das habe ich schon mal behandelt. Hab gesagt, das ist glaube ich auch euer Patent so ein bisschen, euer Merkmal, so ein Sattelgriff, oder? Der ist leider tatsächlich von der Norm vorgeschrieben. Das ist also nicht unser Patent, sondern da gibt es im Bereich isolierte Werkzeuge, wo dieses Werkzeug zu gehört, gibt es tatsächlich sehr starke Vorschriften und die müssen einfach alle einhalten. Also egal, ob es jetzt Zanghersteller A, B, C oder Knipex ist, sondern die müssen alle einhalten. Aber ihr habt auch bei normalen Kombizangen so einen Sattelgriff, oder? Genau, das kannst du im Prinzip hier schon sehen. Auch hier haben wir so einen leichten Sattelgriff schon drauf. Das ist halt einfach wesentlich bequemer. Es hat ein, zwei Vorteile. Der eine Vorteil ist, wenn ich die Zange jetzt so in der Hand halte und sie sollte wieder etwas runterrutschen, wird das hier drüber aufgefangen, in dem Daumenbereich. Das heißt, sie flutscht mir nicht aus der Hand. Einige Handwerker lieben es, wenn sie es in eine Hosentasche stecken, dann bleibt es da im Prinzip so ein bisschen dran hängen und die verschwindet nicht komplett da drin. Aber das ist Geschmackssache. Da entscheidet jeder für sich, was da für ihn komfortabler ist. VDE sieht man natürlich jetzt auch, wahrscheinlich der Grund auch, dass du nicht abrutscht in dem Bereich, wo es dann nicht mehr isoliert ist. Ganz genau. Und hier hast du dann auch nochmal zusätzlichen Schutz. Genau. Nicht für den Daumen gedacht, aber also wirklich hier ist Feierabend. Weiter sollte ich nicht greifen. Wir haben ja auch euch schon mal VDE Ratschen gezeigt. Die sind hier wirklich komplett isoliert. Das gibt es aber bei der Zange nicht. Also bei dieser Zange nicht, aber es gibt komplett isolierte Zangen oder was wir auch im Programm haben, Zangen aus Vollkunststoff. Also da ist dann gar kein metallischer Bereich mehr dran. Komplett aus Kunststoff? Komplett aus Kunststoff. Hast du sowas mit, so Vollkunststoff? Vollkunststoffzange habe ich leider nicht mit. Aber wir werden ein Lichtbild besorgen und das einblenden. Ich habe euch neulich von der Eisenwarenmesse Werkzeug gezeigt, komplett in Messing. Hier wegen Funkenbildung und so. Funkenfrei. Funkenfrei. Gibt es das auch von euch? Nein, das haben wir nicht. Das funkenfreie Werkzeug ist ein sehr, sehr kleiner und spezieller Bereich, der auch sehr hochpreisig ist. Und da gibt es einfach Firmen, die da so etabliert sind, dass wir sagen, okay, da lassen wir einfach die Finger von. Das ist nicht unsere Spielwiese. Okay. Größentechnisch bei der Cobra ist hier mit der 560er. Genau, die 560er ist aktuell die größte Variante und die XS, die 100er ist die kleinste Variante. Das ist aktuell die Range, die wir haben. Wenn du dir in den 80er Jahren ein Auto aus Stuttgart gekauft hast, dann war 560er auch das obere Level. 560 SEL. Das ist ja quasi die Knipex 560 SEC. Und wenn du ganz früher ein Mercedes gekauft hast, da war sogar im Werkzeugkasten eine Knipex-Wasserpuppenzange drin. Ist heute leider auch nicht. In der Textiltasche in Ochsenblutrot. Genau. Warst du auch bei BMW drin? Soweit ich weiß, nur bei Mercedes. Wir hatten Mercedes immer als Limousine, nie als Kombi, aber dafür haben wir heute Kombizangen. Schöne Überleitung, ne? Wir räumen mal eben um. So, für mich eines der Werkzeuge, die in den Werkzeugkoffer gehören, da gibt es eine Kombizange. Könnte ich so unterschreiben, denn die Kombizange kann halt gewisse Aufgaben lösen, die eigentlich keine andere Zange lösen kann, weil die so robust und stabil ist. Also eine Kombination aus verschiedenen Funktionen. Ganz genau. Schneiden, greifen, halten, biegen. Ich habe es auch schon mal als Hammer benutzt. Also da ist man relativ flexibel mit aufgestellt. Kann vorkommen. Kann vorkommen. Was wäre denn jetzt, wenn ich jetzt diesen Frevel begehe, was wäre denn jetzt dann sinnvoller? Diese Seite als Hammer oder diese Seite? Natürlich immer hier auf diese Seite der Backe und nie aufs Gewerbe, also auf den Niedhauen. Weil da könnte ich dann Probleme mit der Gängigkeit bekommen. Weil es sich dann verformt. Genau. Was mir in meinen Tests immer auffällt, wenn ich eine Kniepex habe, die laufen eigentlich immer schön weich. Und wenn ich mir jetzt das angucke, hier ist ja wirklich ein Gelenk drin, aber du siehst ja keinen Spalt, das ist ja so präzise. Absolut, ja. Wie kriegst du das hin? Es sind ganz viele Arbeitsschritte, also um das hinzukriegen. Also erstens ist der Niedprozess eine wichtige Entscheidung und dann wird jede einzelne Zange von einem Mitarbeiter von Hand kontrolliert und gerichtet, sodass sie so, ich sage mal, saugend fluffig läuft. Krass. Und das für den Kurs, ne? Denn wenn wir jetzt mal so schauen, ich glaube, das ist so Einstiegsklasse. Das ist das günstigste Modell, was wir da in dem Bereich anbieten können, ja. So, und kostet im landläufig bekannten Online-Versandhaus? Um die 14 Euro. Ja, so 14 Euro, Material, Arbeit, Know-how. Genau. Made in Germany. Made in Germany und hält in der Regel ewig. Es ist für die einen Sachen, wenn ich es nicht vergewaltige, dann... Ja. Also sie verzeiht viel, sagen wir es mal so. Was ist jetzt hier so auf dem Tisch? Wir haben ja verschiedene Varianten. Wenn man etwas länger was von seiner Zange haben möchte, dann greift man gerne auf verchromte Sachen zurück, dann habe ich weniger Ärger mit Korrosion. Wenn sie dann auch mal eine Nacht draußen liegen bleibt, weil ich es vergesse mit dem Komfortgriff. Ich persönlich kaufe meine Zangen eigentlich fast ausschließlich in dieser Variante. Erstens habe ich nie Ärger mit Korrosion. Und das Zweite ist, die Handwerker sind sehr preisbewusst. Die steigen dann eher auf diese Variante um. Und sollte dann mal ein Handwerker bei mir aus dem Haus mit so einer rausmarschieren, kann ich relativ sicher sein, dass es meine ist. Dann kann ich ihm direkt auf die Finger klopfen und sage, dass mal meine Zange da liegen. Ist das so, dass Handwerker, die jetzt nicht so... Handwerker greifen gerne auf diese zurück aus zwei Gründen. Das eine ist tatsächlich einfach der Preis. Wenn ich jetzt eine kleine Firma habe, wo zwei, drei Handwerker sind, ist das vielleicht noch nicht so das Problem. Habe ich aber eine Flotte von 20, 30 Handwerkern, die auch entsprechende Fahrzeuge und Equipments haben. Dann machen natürlich 4, 5 Euro Unterschied pro Zange oder pro Akkuschrauber, den ich da habe. Da sind wir wieder in anderen Kategorien. Das summiert sich dann natürlich sehr, sehr stark. Das ist das eine. Die zweite Aussage von professionellen Anwendern ist oft, dass diese Zangen einfach weniger Platz wegnehmen im Werkzeugkasten. Anstatt drei von dieser Variante, bekomme ich vier von diesen rein. Ist ich das ernst? Das ist einfach eine Platzvariante. Das ist die Aussage von vielen Kollegen. Vereinzelt kommt die Aussage, dass hier die Griffe dünner sind und dadurch ein schnelleres Feedback spürbar ist. Im Vergleich zu dieser, weil die natürlich mehr dämpft. Krass, was es alles für Details gibt, an die jetzt ich nicht denken würde. Andererseits, ich gehe komplett mit dir d'accord, dass ich, ja dieser Griff, diese Version ist für mich, hat sowas so rudimentäres. Ja. So, ich finde, das ist ein Handschmeichler. Da hast du direkt viel mehr Wertigkeit in der Hand. Absolut. Ich denke so, wenn jetzt meine Truppe irgendwie Werkzeug braucht, dann denke ich, okay, die Zange kostet fünf Euro mehr. Aber wenn der Mitarbeiter da Spaß dran hat, ist doch fünf Euro für eine Mitarbeitermotivation ein gut angelegtes Geld, oder? Es kommt immer auf deine Mitarbeiter drauf an, wenn die auf das Werkzeug achten und es schätzen, dass sie gutes Werkzeug bekommt. Dann ist das die bessere Investition. Wir reden da von qualitativ hochwertigem Werkzeug. Spaß an der Arbeit, an dem, was ich mache, weil ich gutes Werkzeug habe. Letzten Endes aber auch Ergonomie, Komfort für den Anwender, was dann wiederum Krankheitsstände reduzieren kann. Ja, wenn mir dann irgendwann nach dem zehnten Mal benutzen, die Hand wehtut, weil ich so schmale Griffe habe und ich ausfalle, ist es am Ende des Tages teurer, als wenn ich fünf Euro mehr für eine Zange investiere, aber da einfach mehr Komfort habe und dadurch länger arbeiten kann. Jetzt hast du diesen Griff. Das ist jetzt ein Tauchlack, ne? Genau. Aber das ist ja auch nicht dieser Tauchlack, den wir vorhin gesehen haben, der so rau war. Dieser ist ja glatt. Gibt es diese Zange auch noch mit einem rauen Tauchlack? Nein, haben wir in dem Fall nicht im Programm. Wir haben das so ein bisschen abhängig gemacht von der Industrie, wo die eingesetzt werden. Also da zum Beispiel bei der Wasserpumpenzange, wo ich von ausgehe, dass ich entweder feuchte Hände habe und meine Hände dadurch flutschiger sind, ich mehr Grip brauche oder zum Beispiel im Bereich Landmaschinen, KFZ, NFZ bin, wo vielleicht Öl an meinen Fingern ist. Da brauche ich halt eine Oberfläche, die griffiger ist. Das brauche ich hier nicht unbedingt. Da kann ich dann eine glatte Paste nehmen. Die glatten Pasten kann man zum Beispiel auch besser reinigen. Das heißt, wenn sich die raue Paste mit Öl und Fette und sowas zusetzt, bekomme ich die wesentlich schwerer sauberer als so eine glatte Paste. Das ist immer so ein bisschen abhängig, was jetzt im Vordergrund ist. Ist es wichtig, dass die Zange sauberer ist oder ist es wichtig, dass ich einen besseren Grip habe bei der Zange, wenn ich die in der Hand halte? Also ihr redet jetzt nicht von Tauchlag, sondern von Pasten? Genau, das sind unsere Tauchpasten, genau. Das ist ja keine Farbe, sondern es ist eine dickflüssige Paste, wie so ein Pudding, sage ich mal. Und da werden die dann eingetaucht und dann gibt es halt diese zwei verschiedenen Pasten. Ich habe gerade das Kopfkino, was man da alles eintauchen könnte. Viel, sehr viel. Wie groß sind die Eimer, die ihr habt? Oh, das sind, lass mich nicht lügen, 1000-Liter-Behälter. Nein, das sind echt dann so? Das sind riesige Behälter, die in die Anlage eingefahren werden und dann gibt es verschiedene Stufen, wo die durchfahren. Okay, hast du wie so eine Lackierstraße oder sowas, wo die Dinger aufgehängt sind und dann tauchen die da rein. Genau. Also die fahren nicht durch, sondern die gehen wirklich 90 Grad von oben rein und wieder raus. Ich freue mich schon, wenn ich bei euch bin. Sehr interessant. Schreibt mal unter das Video, was ich dann mitbringen soll. Können wir da was eintauchen? Da lässt sich bestimmt was machen, ja. Ich rede mal mit dem Herrn Putsch. Ja. Also ihr könnt ja mal unter das Video schreiben, was ich mitbringen soll, was wir da in diesen Container da reintauchen sollen. Das hängt dann hier. Kriegen wir hin. Aber muss auch irgendwie Sinn machen, ne? Nicht irgendwie ein Brötchen oder so. Das Thema Griffe kann man ja jetzt hier auch nochmal anschaulich sehen. Wir haben einmal VDE. Was ist jetzt der Unterschied? War übrigens schon vorweggenommen eine Zuschauerfrage von euch und der Zuschauer meinte, ist das anderes Material oder ist es nur der Unterschied, dass es geprüft ist und das nicht geprüft? Das Material ist eigentlich das Gleiche. Da gibt es keinen Unterschied. Der Unterschied ist einmal in der Materialstärke. Zum Beispiel ist hier im unteren Bereich, wenn ich die Zange jetzt so aufschlagen würde, ist das Material dicker. Wir haben hier einen viel, viel größeren Kragen, dass ich eben nicht so schnell drüber rutschen kann, da reingreifen kann. Und dass jede einzelne Zange, das ist das Wichtige, über 10.000 Volt geprüft wird. Jede einzelne. Und diese Zangen sind komplett ungeprüft. Ungeprüft, das heißt, sollte hier irgendwo ein Lufteinschluss sein, in dem Kunststoff, was wir vielleicht nicht sehen von außen, würden wir das bei der Prüfung merken und die Zange würde ausfallen. Kann man das bei euch sehen? Kann ich mir das angucken? Ja. Okay, wäre interessant. Da können wir einmal prüfen, sodass alles in Ordnung ist und wir können auch gerne einmal einen Kurzschluss zeigen, also wenn die Hülle eine Beschädigung hätte. Okay. Mal ganz blöd gefragt, ne? Wenn ich jetzt eine VDE-Zange habe, ist es dafür gedacht, dass ich sage, okay, die Anlage muss spannungsfrei sein, aber sollte aus irgendeinem Grund da doch Spannung, habe ich hier noch einen Schutz? Oder ist es dafür gedacht, dass die Leute sagen, okay, das ist nicht spannungsfrei, ich muss trotzdem dann arbeiten? Nein, die Hülle ist immer deine allerletzte Lebensversicherung. Es gibt gewisse Regeln, die eingehalten werden müssen. Spannungsfrei schalten gegen Wiedereinschalten, sichern, kurzschließen, entsprechend abdecken, sich isolieren. Und sollte einer dieser Regeln oder im schlimmsten Fall alle Regeln nicht greifen, ist diese Isolierung deine letzte Lebensversicherung, dass du heile aus der Sache rauskommst. Vielleicht mit ein bisschen Schrecken und ein gebräuntes Gesicht vielleicht. Ein gebräuntes Gesicht. Ich kann mir auch vorstellen, so der ein oder andere unbedarfte Heimwerker könnte vielleicht sagen, ich habe eine VDE-Zange, da brauche ich die Sicherung nicht ausschalten. Besser nicht. Funktioniert einmal, danach ist die Zange hin. Aber sie hat dein Leben gerettet. Das habe ich tatsächlich auch schon mal gesehen, dass so Zangen oder zum Beispiel ein Seitenschneider mal einen Kurzschluss mitbekommen hat und dann war die Schneide regelrecht verbrannt. Ja, genau. Du kannst also sehr, sehr deutlich unterscheiden zwischen einem Ausbruch, was durchs Arbeiten gekommen ist, entweder einfach durchs Alter Material, Materialschwäche, durch, ich sage jetzt mal vorsichtig, Fehlanwendung zu dickes Material oder damit zu stark gearbeitet. Das hat immer sehr, sehr scharfe Kanten beim Ausbruch. Ein Kurzschluss hat immer verschmolzene, runde Ecken und meistens findest du auch Kupferreste in der Schneide oder in dem Greifbereich eingeschmolzen, sodass wir das sofort unterscheiden können. Dann ist wahrscheinlich aber auch nichts mehr zu machen, ne? Nein. Kannst du wegschmeißen? Genau. Das ist auch so der einzige Grund, den wir als Reklamation tatsächlich nicht gelten lassen, wenn einer unter Kurzschluss geschnitten hat. Dann hat er nämlich nicht seine Sicherheitsregeln gefolgt. Alles andere kann eingeschickt werden. Wir prüfen das jede einzelne Situation und entscheiden dann individuell, okay, das ist jetzt eine Reklamation, der Kunde bekommt einen kostenlosen Ersatz oder wir weisen den Kunden darauf hin, wofür das Produkt eigentlich gedacht ist, was er damit machen darf oder sollte und was nicht. Also kommt das vor, dass Leute wirklich da einen Kurzschluss haben? Das Ding ist total verqualmt. Man kann es ja mal versuchen. Ja, regelmäßig. Nein, Leute. Die sind auch nett und kolant, aber auch nicht blöd, glaube ich, ne? Das kriegen wir noch hin. Im Bergischen. Da wissen wir jetzt auch Bescheid. Dieses ist jetzt schon wieder eine spezielle Zange. Habe ich euch auch schon öfter empfohlen. Ich liebe die, weil wenn ich irgendwo mal auf eine Leiter gehe, man weiß nicht, ob sowas kommt. Wenn du irgendwo Elektrik machst, hiermit kannst du zumindest alles fast machen. Du kannst auch mal ein Kabel durchschneiden. Ich meine, das ist ja jetzt hier ein schneidender Schnitt. Kabel-Schere. Das ist ja eine Schere. Das ist ja kein Abknipsen. Und trotzdem, wenn ich so eine Einzelader habe und mache die mal eben kürzer, geht auch. Wunderbar. Da mache ich nichts kaputt mit. Absolut. Und dann hast du auf der einen Seite so ein bisschen Kombizange, aber du bist auch relativ schmal, wenn du enge Räume hast. Und dann habe ich am Anfang auch so Learning by Bestelling, sage ich mal. Ich hatte so eine und dann habe ich eine andere gehabt. Was ist da jetzt anders? Und dann habe ich gemerkt, als ich die bestellt habe, die hat eine Feder. Also die geht dann wieder. Das kannst du dann so schön mit einer Hand. So machst du das ja so. Du hast hier den Finger und öffnest die dann selber. Und dann habe ich die lieber gehabt als die andere. Dann war die halt in den nächsten Werkzeugkoffer. Das ist halt einfach Geschmackssache. Wenn ich es mit Öffnungsfeder haben möchte oder ohne, das kann jeder für sich individuell entscheiden. Eine kleine Besonderheit bei der Öffnungsfeder ist halt, dass die Zange ganz marginal aufsteht, auch im geschlossenen Zustand, um halt das schnelle Abisolieren der einzelnen Litzen, was ich hier machen kann, zu beschleunigen. Das heißt, ich muss die nicht von Hand immer aufdrücken, sondern die geht immer bis zu diesem Bereich auf und dann kann ich wesentlich schneller meine einzelnen Adern abisolieren. Dafür hast du aber auch noch die Sperre. Dafür ist dann die Sperre drin. dass du dann wieder auch verschlossen einlagern kannst oder wo auch immer, damit sie nicht so viel Platz wegnimmt. So ein bisschen Kombizange ist dabei. Genau, das ist im Prinzip die Kombizange schlechthin für Elektriker. Es ist auch eins meiner Favoriten, denn wenn ich jetzt als Elektriker irgendwo hingehe, brauche ich im Prinzip nur eine Handvoll Werkzeuge für den ersten Schritt. Also ich würde immer die Elektroinstallationszange empfehlen. Ich würde immer einen Seitenschneider empfehlen, einen Schlitz- und einen Kreuzschraubendreher und mit diesen vier Elementen kann ich erstmal losmarschieren. Damit kann ich Schalter, Steckdosen, Lampen, Lichter, da kann ich erstmal alles mitmachen. Ich kann sogar im Sicherungskasten, weil die ist extra hier schlank, als Spitzzange nutzen, um vielleicht die ein oder andere Ader wieder aufzulegen. Kann ich sehr gut mitarbeiten. Wenn ich damit nicht weiterkomme, brauche ich in der Regel eben einen großen Werkzeugkoffer. Spitzzange hast du gesagt. Warum hast du die hier mit dazu gelegt? Die Spitzzange habe ich dazu gelegt, denn wir haben eine Kombination im Prinzip gemacht. Und zwar, das ist unsere Spitzkombizange und die vereint im Prinzip diese beiden Modelle hier. Das heißt, auf der einen Seite habe ich die Robustheit einer normalen Kombizange und auf der anderen Seite habe ich aber die schlanke Spitze von dieser Spitzzange. Ich habe tatsächlich ein Werkzeugset zusammengestellt. Das habt ihr sehr wahrscheinlich schon gesehen, wenn das Video jetzt hier läuft. Und da habe ich aus Budgetgründen, weil da war die Vorgabe so, wir wollen um die 100 Euro bleiben für das komplette Set, aus Budgetgründen habe ich gesagt, okay, eine Zange ist drin, es sollte eine Markenzange sein, deshalb eine Kniepex. Und ich habe mich für diese Spitzkombizange entschieden, denn gerade Spitzzange ist, wie du sagst, manchmal wirklich auch ein Troubleshooter, wo du hiermit nicht reinkommst. Und ich habe mir so gedacht, wenn ich jetzt wirklich viel Kraft brauche, was hierfür vielleicht spricht, dann bin ich vielleicht auch schnell bei einer Wapuzange oder brauche eh ein bisschen was Größeres und bin nicht mehr so in dem universellen Bereich. Aber du hast ja hier noch was, du hast nämlich ein Loch, aber das ist not a bug, it's a Feature. Genau, das ist ein Feature, was ich für zwei Elemente nutzen kann. Das eine ist für vielleicht den Heimwerker oder Handwerker, der nicht ganz so oft einen Hammer und einen Nagel in der Hand hat und jeder kennt das selber, dann haut man daneben und dann ist der Daumen schön dick. Das heißt, da kann ich den Nagel einfach einlegen, kann es dann an eine Wand halten oder Holz, wo ich immer dann mit einem Hammer draufschlagen, das heißt, ich würde im schlimmsten Fall die Zange treffen, aber nicht mehr meine Finger. Im Elektrobereich kann ich da sehr gut zum Beispiel zweieinhalb Quadratkabel in eine Sicherung oder in den Automaten reindrücken, aber eine Führung ohne die Isolierung zu beschädigen. Beides so smarte Sachen muss man erstmal wissen, kommt man sonst vielleicht nicht ganz drauf. Was ich auch nicht so im Bewusstsein hatte, ist, wenn wir zum Beispiel Zangen auch zeigen, dann hältst du die mal gegen das Licht, wie gut die schließt und da habt ihr gesagt, im Prinzip, wenn das jetzt hier komplett zu wäre, hättest du ein Problem, weil du musst ja mit dieser Schneide hier auch schneiden und dafür brauchst du ja etwas Überlappung. Genau, das heißt, wir müssen vorne etwas Luftspalt haben in dem Greifbereich, das heißt, ich kann also zum Beispiel kein Folienblech, ein Hundertstelfolien oder zwei Hundertstelfolienblech, was in Werkzeugbauten verwendet wird, viel um Werkzeuge zu unterlegen, kann ich damit nicht zum Beispiel greifen und ziehen, denn wir müssen immer sicherstellen, weil die Schneidfunktion da ist, dass ich schneiden kann und dann tritt die Greiffunktion an zweiter Stelle. Ja, also dafür wird es dann ähnliche Zangen geben, die die Schneide nicht haben, die eine reine Greiffunktion haben, mit der könnte ich wieder dieses dünne Folienblech greifen. Die sehen dann aus wie eine Kombizange, nur ohne Schneide? Nur ohne Schneide, genau. Okay, ist dann aber keine Kombizange mehr. Ist dann eine reine Greifzange, keine Kombizange mehr. Okay, Greifzange ist der offizielle Begriff. Jetzt hast du aber noch hier vier Kandidaten. Ich fange mal mit der an, weil die sieht für mich erstmal relativ ähnlich aus. Genau. Beides sind Kombizangen. Der Unterschied ist, dass dieses eine, ich sage mal, Standardkombizange ist und dieses eine Kraftkombizange ist. Das heißt, das Gelenk ist hier wesentlich höher übersetzt und ich kann mit dieser Zange viel mehr Kraft aufbringen, zum Beispiel um was zu halten oder einen Nagel zu durchtrennen, was mir dann leichter fällt im Vergleich zu der her. Was heißt denn übersetzt, dass der Drehpunkt weiter hier ist? Der Drehpunkt ist hier mehr Richtung Schneiden Mitte. Also hier habe ich ungefähr die Mitte und habe nur ein paar Millimeter bis zur Schneide und hier ist der Drehpunkt zur Schneide viel weiter weg. Ja, das ist das einfache Hebelgesetz. Dann je weiter ich von meiner Schneide weg bin, umso schwerer wird es für mich, das Material zu durchschneiden. Je näher ich dran bin, umso leichter wird es für mich. Aber dann denke ich, das schreit doch ein bisschen nach Praxis, weil noch haben wir überhaupt nichts für unser Geld hier getan. Genau. Wir reden nur rum. Ja. Hast du ein paar Drahtstifte mit? Habe ich alles mitgebracht. Kannst dir die dicksten aussuchen. Ich mache erstmal jetzt hier mit der Kombizange. Ich hatte jetzt erst sogar an Drahtstifte gedacht. Das sind schon relativ normale Nägel. Also habe ich eine Chance? Ja. Okay. Also jetzt keine Powerzange, aber ich nehme die schon relativ nah am Gelenk, weil größer ist ja mein Hebel. Genau. Du solltest so nah wie möglich immer am Gelenk sein. Das ist der Fehler, den leider viele unserer Anwender machen. Die sagen, ich arbeite schon seit 20 Jahren damit, ich weiß, wie ich eine Zange nutzen kann und stehen dann und drücken sich einen Wolf und dann steht da so ein Hempfling daneben und knapst das so durch, einfach nur, weil er es richtig nah genug am Gelenk angelegt hat. Was man nicht hier hat, muss man hier haben. Ja, genau. So, ich mache jetzt den Versuch, aber ich will natürlich auch sicher unterwegs sein. Deswegen. Eine dezente Schutzbrille. Jetzt sieht die Welt gleich auch viel bunter aus. So, klar brauchst du Kraft, aber die gingen gut durch. Genau. Ja, was ich natürlich jetzt auch denke, liegt auch daran, dass die Schneiden auch schon recht scharf sind. Die werden alle von Hand auch nochmal nachgefeilt, dass die auch wirklich funktionieren. Von Hand? Von Hand. Krass. Weißt du, es gibt ja auch viel Plagiate, Billigkram und so weiter. Wenn du da so eine Kombizange hast, sind das dann auch Sachen, wo dann nochmal jemand nachfeilt oder so? Und was meinst du? Bei billigen Produkten auf keinen Fall. Das können die sich einfach nicht leisten. Bei teuren Produkten ja. Weil du kannst noch so genau schmieden und eine CNC-Bearbeitung machen. Du hast so viele Variablen drin, du musst die Zange von Hand nochmal prüfen. Aber du sagtest jetzt nachfallen. So, jetzt habe ich die Zange drei, vier, fünf Jahre in Gebrauch und denke so, könnte ich hier vielleicht mal nachschleifen oder so. Ist das dafür gedacht? Gibt es einen Schärfdienst, wo ich das dann... Nein, Schärfdienst haben wir nicht. Du kannst es bis zu einem gewissen Grad mit einem Läppstein nacharbeiten. Aber wenn du große Macken drin hast, dann sind die halt drin. Okay. Also wenn du diese Ausbrüche hast... Ja, genau. Einen Ausbruch, den bekommt man nicht mehr beigefeilt. Kannst du halt aufschweißen. Reparaturschweißung für eine Kombizange. Es ist halt gehärtet. Also mit einer normalen Pfeile kommst du da eh nicht weit. Genau. Da hast du jetzt eine Kraftkombizange. Das war die normale, klassische Kombizange, wie sie jeder kennt. Das ist jetzt die Kraftkombizange mit der höheren Übersetzung im Gelenk. Was ich jetzt merke, ich drücke nur wenig, ich merke aber, wie die Schneide sich schon... Wie die schon reinarbeitet. Wie die sich reinarbeitet. Ja. Das war jetzt interessant. Du merkst über den ganzen Schnitt eigentlich, wie sich die Schneide in das Material reinarbeitet. Hier war es wirklich so... Und dann war der Druck so groß, dass es so fast wie abgesprengt. Du drückst und dann sagt es klackt, dann bist du durch. Und bei der kannst du viel feiner dosieren, weil du einfach weniger Kraft benötigst, aber mehr Kraft aufbringst. Mega. Das ist, glaube ich, so meine neue Leidenschaft. Krass. Macht richtig Spaß. Also wenn das so fluckt, ne? Absolut. Krass. Jetzt gucke ich aber nochmal. Jetzt gibt es wieder Trockenbrot. Jetzt habe ich nur Geld für eine Zange. Das ist jetzt die Spitzkombizange. Genau. Würde ich die mit kaputt machen damit? Nein, auf keinen Fall. Die hat nämlich auch ein sehr hoch übersetztes Kraftgelenk. Und das geht auch so leichter mit. Alter, Gefatter. Geht sogar leichter als... Das hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Das war... Warte mal. Müssen wir diese Brille immer wieder aufsetzen? Ich gehe einfach mal einen Schritt nach hinten. Das ist ja die normale. Genau. Also gefühlt... Ne, das ist nicht gefühlt. Das geht leichter. Das geht leichter. Ja. Weil hier ein Standard, also bei der oder bei der ein Standardgelenk verbaut ist und hier ist wieder ein Kraftgelenk verbaut. Wahnsinn. Hättet ihr das gewusst? Also, die Technik ist mir schon klar. Aber dass du einfach auf die Zange guckst und sagst, okay, Kraftgelenk oder hier nicht und da Kraftgelenk, weil das Gelenk näher hier an der Schneide dran ist. Ist ja auch ganz einfach. Mega. Wenn man es weiß. Wenn man es weiß. Aber dafür sind wir ja hier. Wir wollen ja jetzt hier nicht dümmer aus der Sendung rausgehen, als wir reinkommen. Wow. So, Kraft ist also schon mal hier kein Thema. Die Frage ist, gibt es noch längere Kombizange? Oder ist das hier Max? Also als Kombizange im Prinzip ist das die größte Variante, die wir haben, die 240er. Die wird auch bei uns als Linemans Pliers bezeichnet. Als was? Linemans Pliers. Das ist in den USA ein Beruf. Das sind die Kollegen, die auf dem Strommaster hochklettern, diese Holzmasten und da die Strippen ziehen und verbinden. Und der Amerikaner, Leatherman, kennst du ja auch, ist halt so Kombinationswerkzeug. So viel wie möglich, so viele Funktionen wie möglich in einem Werkzeug. Und das bietet diese Zange hier zum Beispiel. Das heißt, ich habe hier im Prinzip einen Seitenschneider dran. Ich habe hier Greiffunktionen dran. Ich habe hier Krimpfunktionen dran. Und wenn du die Zange nochmal umdrehst, genau, habe ich hier eine Drahtzugfunktion dran. Das heißt, ich nehme jetzt einfach mal den Nagel. Wenn du die öffnen würdest und jetzt schließt, dann wäre hier der Draht. Und dann kannst du einfach ziehen und könntest den Draht spannen damit. Krass. Aber wenn du das zudrückst, dann kriegst du nicht mehr raus. Ne, will ich jetzt nicht. Ich habe auch irgendwie Angst, dass dem Nagel was passiert. Aber ich habe jetzt auch nicht den Eindruck, manchmal ist es ja so, du hast ein Kombinationswerkzeug, aber das ist per se ein Kompromiss. Durch diese Funktionen habe ich jetzt irgendwie nicht den Eindruck, dadurch erkaufst du dir einen Kompromiss. Also mit der Zange, so robust wie die gebaut ist, gehst du mit der keine Kompromisse ein. Definitiv nicht. Gibt es die in Deutschland auch? Ja. Weil ich bin gerade amüsiert. Das ist ja so ein bisschen auch amerikanisch. Always wear eye protection. Genau. Der amerikanische Markt ist für diese Zange der größte Markt. Und da müssen wir solche Warnhinweise draufschreiben. Die amerikanische Gesetzesgebung ist da sehr kundennehmerfreundlich, sage ich mal, und ermöglicht da halt entsprechende Spielräume, wenn du nicht alle Warnhinweise draufschreibst. Und dann? Ist das die kleinste Kompromissange der Welt? Ob es die kleinste Kompromissange der Welt ist, kann ich dir gerade tatsächlich nicht sagen, aber es ist bei Knippecks die kleinste, die wir haben. Die ist ja süß, ne? Ich glaube, das könnte den ein oder anderen so ein bisschen triggern von euch. Getreue Motto haben ist besser als brauchen. Wir verlinken mal. Fass mal an. Ja, die ist super. Will man doch haben, oder? Also ich nutze die tatsächlich zu Hause. Ich habe für mein Messschieber und sowas so Ledertaschen gemäht, um die Nadel durchs Leder zu drücken. Dafür nutze ich die dann. Was ich auch mitnehme heute, wenn ich mir, glaube ich, jetzt Zangen kaufe, dann auch immer hier mit dem Verchromten. Also ich persönlich würde es machen. Das ist einfach Geschmackssache und Portemonnaiefrage. Muss man einfach so sagen, weil die Verchromten sind halt ein ganzer Sektor. Logisch. Ist das arametriert, nennt man das? Atramentiert, ja. Atramentiert. Genau. Woher kommt der Gebriff? Das kann ich auch nicht sagen. Okay, attramentiert, könnt ihr mal schreiben, woher das kommt. Ist das vielleicht mit Attrament verebelt? Ich kenne es tatsächlich nur aus der Werkzeugindustrie, aus dem Bergischen. Woanders habe ich es auch noch nicht gehört. Genauso wie das Wort Pleasten. Ja, das kannte ich auch noch ein bisschen noch nicht. Aber wie wird das gemacht? Das ist ein elektrolytisches Verfahren, wo es aufgebracht wird. Im Prinzip eine Art Verchromung. Es werden einige Sachen gespritzt oder lackiert. Und das ist halt die andere Variante dazu. Okay. Kann ich mir das aber auch angucken. Kannst du dir auch angucken, ja. Mega. So, und dann hier. Der Bursche sieht ja speziell aus, ne? Auch VDE. Für Elektriker geeignet ist im Prinzip das alte Pendant zu dieser Variante hier. Das heißt, früher hatte man die Möglichkeit, erst mal zu tauchen, bevor die zwei Komponentenhüllen gekommen sind. Davor gab es schon ein-komponentige Hüllen. Muss einfach aber klar sagen, dass beide sind von der Schutzwirkung hundertprozentig identisch. Ergonomisch habe ich da natürlich nicht so viel Einfluss. Das mache ich über die 2K-Hüllen. Und das ist jetzt noch so sehr stark vertreten im Bereich Stadtwerk und solche Sachen. Wie macht ihr das denn, dass die hier genau die Schnittkanten bündig sind? Oder wird das getaucht und dann wird das hier eingeschnitten? Genau. Das heißt, da sitzen dann unsere Kolleginnen und Kollegen mit dem Skalpell und schneiden das komplett auf. Mit dem Skalpell? Ja. Ich hätte so gedacht, das wird einzeln getaucht und dann wird das irgendwie auf Maß. Nein, nein. Weil das ist ja... Die werden geschlossen getaucht. Das heißt, wenn die aus der Tauchanlage rauskommen, bekommst du die Zangen auch nicht auf. Die sind fest, die sind geschlossen. Und dann sitzen die da wirklich mit Messer, Skalpell und schneiden alles, jede einzelne Zange auf, um sie ergänzt zu machen. Aber sieht so ein bisschen oldschool aus, ne? Ist ja auch oldschool. Seit wann gibt es denn so VDE-Zangen und VDE-Werkzeuge bei euch? Die haben wir ungefähr seit den 60ern. Da kam das so langsam auf. So, jetzt haben wir gelernt, mit einer Kombizange kann man wirklich erstaunlich gut auch Sachen abschneiden, Nägel kürzen, was auch immer. Wahrscheinlich Schrauben. Die eine oder andere würdest du genauso abknüpfen können, wenn die Schraube mal wieder zu lang ist und du hast keine kürzere Schraube. Also auch da der Helfer in der Not. Aber es gibt natürlich auch eine ganz eigene Sparte bei euch für schneidende... Für schneidende Zangen, genau. Schneidende Zangen. Genau, das ist das Thema. Ich hätte nicht gedacht, dass wir jetzt den Tisch dermaßen voll haben, nur für das Thema Schneiden. Das ist eine kleine Auswahl mitgebracht. Kleine Auswahl. Vor allem, ich habe gedacht, wir reden jetzt hier über Zangen oder Schneizangen, aber einige Sachen sehen aus wie hier die Weltformel mit zwei Griffen oder so. Genau, Ratschenkabelschneider. Also wir haben hier alles Produkte auf dem Tisch, die schneidend sind. Nicht alles haben direkt eine Zangenform, aber alle erfüllen die gleiche Funktion auf verschiedene Weisen, nämlich Schneiden von Gegenständen oder von Materialien. Hast du irgendwo eine Kneifzange? Das ist jetzt eine klassische Monierzange für den Stahlbetonbau, um die Stahlmatten oder Baumatten zu verrödeln miteinander und dann den Dünndraht abzuknipsen. Ich war ja mal auf der Teilchenbeschleuniger-Baustelle in Darmstadt und da habe ich euch ja mal gezeigt, wie die Leute, diese Eisenbinder, mit diesen Zangen arbeiten. Da brauchst du eine Zeitlupenkamera, damit du was mitkriegst. Die sind sehr schnell, also die schaffen um die 15 Knoten pro Minute. Komme ich nicht ganz dran. Dann sowas. Also ich glaube, wir werden jetzt nicht Gelegenheit haben, sämtliche Zangen hier im Detail, weil dann wären wir morgen früh noch dran, was ist das zum Beispiel? Das ist ein Kraft-Vornschneider. Das heißt, wenn ich sehr nah irgendwo an eine Oberfläche dran muss, aber dickeres, hartes Material abknipsen muss, kann ich das sehr gut machen. Ich kann aber auch zum Beispiel sehr gut lange Elemente gut abknipsen. Die gehen nämlich dann durch, die laufen hier entlang und dann kann ich sie knipsen, ohne dass sie mir im Weg sind. Und ich muss mich entschuldigen, aber ich will das jetzt ausprobieren. Ich habe gerade gelernt, man sollte dann die Hand nicht so halten, hier mit den Fingern, weil es dann zusammen geht. Ich habe was gemerkt, sagen wir es mal so. Aber es war recht einfach. Mit einer Monierzange kannst du das eigentlich vergessen. Genau, mit einer Monierzange würde ich es nicht machen. Ist ja auch nicht dafür gedacht. Ganz genau. Die ist halt für dünnen Draht zum Verdrillen und dann zum Abknipsen, nicht für solche dicken Nägel von 3,2 Millimeter. Hier so Bolzenscheren kenne ich. Habe ich auch schon Baustahl öfter mal mitgeschnitten. Das hier ist die klassische Fahrradschere, glaube ich, ne? Fahrradwerkzeug. Das heißt, wenn man auf der Suche nach neuen Fahrrädern ist, schaut man sich am Bahnhof mal um und nimmt dann das mit, was einem gefällt. Also wir haben tatsächlich regelmäßig Kooperationen mit der Polizei. Aus genau diesen Gründen, die dann fragen, ob sie Schliffbilder und Geometrien von unseren Bolzenschneidern haben können. Denn die Schneidgeometrien und Profile sind doch sehr markant und charakteristisch. Und dadurch können die tatsächlich herausfinden, war es ein Knipex, war es ein von der Firma A, B oder C, ein Bolzenschneider, um so die Gruppe der Verdächtigen einzugrenzen. Ach krass. Und da wird es wahrscheinlich, wenn die so einen Aufwand machen, wird es wahrscheinlich nicht um den Fahrrad gehen, oder? Da geht es dann meistens um kostspieligere Sachen, was verraten sie uns natürlich auch nicht. Aber die Kooperation haben wir regelmäßig mit der Kriminalpolizei. Erinnert mich so ein bisschen, wenn die Kriminalisten früher recherchiert haben oder nachgeschaut haben an einem Schriftbild von einer Schreibmaschine. Oder typischerweise Projektile. Genau. Die ja dann von dem Lauf auch einen bestimmten Abdruck bekommen. Genau. Und so kannst du dir das ja auch vorstellen, dass also wirklich die Geometrien und die Winkel alles überprüft werden. Die bekommen von uns technische Zeichnungen dann oder auch Fotografien, wie die schneiden, bearbeitet sind, um diese Spuren halt digital zu übernehmen und dann auf das zu untersuchende Element zu übertragen. Was hätte ich dafür zu investieren? Für die ungefähr? Aber die hält ja auch, ne? Die halten und das Gute dabei ist, dass du halt den Kopf neu bekommst. Denn der wird halt irgendwann verschleißen bei diesen Beanspruchungen und für ganz, ganz viele Zangen haben wir tatsächlich Ersatzteile, die man erwerben kann, sodass du eine Zange nicht wegschmeißen musst, sondern dann gewisse Teile einfach austauschen kannst und die dann halt weiter benutzen kannst. Hast du was, was ich hier mit mal... Ganz klassische Anwendung. Baustahl. 13 Millimeter. Ja, geht. Habe ich keine Bedenken, aber ich würde mal gucken, wird es auch hier mitgehen? Die 13 Millimeter nicht, nein, da wäre bei 6 Feierabend. Ach so, ja, die Öffnung, das geht nicht. Genau, der Hebelweg fehlt auch. Jetzt müssen wir dazu sagen, dass wir es so nicht hinkriegen, sondern den müssen wir auf dem Boden auflegen. Also, du setzt den so auf dem Boden auf, einen Fuß hier drauf und drückst den dann runter. Und dann halte ich das gut da rein. Ist ausgeschlossen, dass ich das so kriege? Ich habe es in den 8 Jahren habe ich ein einziges Mal gesehen, dass es einer geschafft hat. Ja. Pass auf. Challenge accepted. Top, die Wette gilt. Alter. Gut, aber vielleicht so? Probier es so, ja. Ja, so könnte es gehen. Pass auf, der fliegt jetzt Richtung Kamera dann. So. Echter Einsatz. Aber nicht, dass ich mir was tue. Wie gewalt geht der zu. Nicht, dass der auf einmal löst und ich hau mir das Ding irgendwo in die. Also, auf dein Sch... Der ist eigentlich ein bisschen doof. Der Weg wäre genau richtig, um ein wenig höher zu sprechen. Ne, da habe ich jetzt Respekt. Wie gesagt, mach es lieber so, wie ich es dir gezeigt habe oder so. Ich habe hier das Gleichgewicht. Der muss, das Problem ist, Schraub zwingen als Anschlag. Ja. So. Ne, ich will ja raus. Alter. Der will aber nicht, der kämpft. Dann merkt man erst mal, was da für eine Belastung da anfängt. Ne, ich bin gleich. Ey, mach es am Boden. Ne, versuch du mal. Krass. Der ist geflogen. Okay, gehst du in der Hand. In der Hand? Wirst du das schaffen? Weiß ich nicht. Versuch mal. Jetzt geht der da oben weg, ne? Ja, leg den, leg den so, genau. Voll in die Röhre rein und dann... Nee. Aber ich hätte es echt gedacht. Ja, habe ich auch gedacht. Okay, Respekt. Krass, ne? Das merke ich nachher. Es war ein harter Kampf, aber wir haben es geschafft, also mit Unterstützung. Jetzt siehst du aber auch, das ist bis hier geschnitten und dann macht es knack, ne? Genau. Du kannst ungefähr sagen, dass du dabei ungefähr die Hälfte schneidest und die andere Hälfte bricht einfach weg. Wahnsinn. Durch die Kompression des Materials platzt das dann weg. Jetzt in einer Stunde da 50 Stück. Glaube ich, könntest du mich weg tun. Also das ist auch super anstrengend und das ist halt der Grund, warum, wenn ich das viel mache, halt Winkelschleifer immer mehr an Priorität gewinnen dabei. So, und das ist bis 6 mm, hast du gesagt? Genau, das geht ungefähr bis 6 mm oder 8 mm, je nachdem, wie hart das Material halt ist. Das sind so die Klassiker, diese Variante oder die große, was auch bei Feuerwehr, THW und sowas zum Einsatz kommt, um dort entsprechend in den Hinterhöf oder sowas reinzukommen, wenn es da brennt. Also hiermit könnte ich dann aber auch zum Beispiel so eine Kette? Genau, das kannst du damit spielen, aber dafür hätten wir sogar noch kleinere Kollegen, die das auch schaffen. Na, ich probiere es mal hiermit. Ja, das ist dafür gar kein Thema. Jetzt sind wir hier richtig unterwegs. Aber wie gesagt, bei solchen Ketten, da ist das schon ein relativ großes Werkzeug. Da gibt es dann hier auch entsprechend den kleinen Kobold, der die gleiche Kraft hat, um diese Kette zu schneiden. Seit wann gibt es den Kobold? Ungefähr seit 1988. Ach so, noch gar nicht so lange. Ne, gar nicht so lange, genau. Wenn man sich die Geometrie hier anschaut, so ein bisschen das Prinzip, auch so mit hier der Umlenkung. Kobold ist auch die Abkürzung für Kompakt-Bolzenschneider. Der echt? Ja. Daher kommt der Name. Donnerwetter, wir lernen wieder dazu. Dann legen wir den da rein. Ja, aber ich muss ja erst die Brille aussetzen. Kobold, Kompakt-Bolzenschneider. Das hätte ich im Leben nicht gewusst. Ich dachte gerade, deshalb fragte ich nach dem Alter, ob das vielleicht auch irgendwie so 50er, 60er Jahre, das wäre dann so Zeitgeist gewesen, dass man so Werkzeugen dann Namen gibt. Ja, das kommt im Prinzip so ein bisschen daher, es ist immer unterschiedlich, ob wir Produkten Namen geben oder nicht. Also der Kobold ist zum Beispiel einer, der Cobra, Alligator, alles so 70er, 80er Jahre, da hat man auch noch viele Namen vergeben. Danach wurde das halt weniger, dass man einfach in Artikelnummer oder beschreibende Namen gegeben hat. Er ist jetzt Kobold, hat aber trotzdem hier eine Nummer. Hier so einen ganz klassischen Seitenschneider. Der hat jetzt keinen Namen. Nein, der ist einfach nur Kraftseitenschneider. Du hast den Seitenschneider und den Kraftseitenschneider. Genau. Diese Nummer verrät mir, dass es ein Kraftseitenschneider ist. Dir? Mir, ja. Mir nicht? Was für mich logisch ist, ist 180, Länge. Genau. 180 oder die letzten drei Zahlen sind in der Regel immer die Gesamtlänge des Werkzeugs und gilt fast für alle Produkte. Hier ist das beste Beispiel, wo es nicht gilt. Aber bei den Zangen, bei den klassischen Zangen, gilt das so. So, und dann ist wahrscheinlich das, die? Die 74 ist dann in dem Fall bei uns die Artikelgruppe für Kraftseitenschneider. 70 wäre jetzt der ganz normale Seitenschneider. Den vier da. Ja, das wäre dann die Artikelnummer 70. Uns sagt das dann immer, 70 weißt du immer, ist ein normaler Seitenschneider. 74 ist immer ein Kraftseitenschneider. 71 sind immer Bolzen oder Kompaktbolzen-Schneider. So haben wir immer unsere Rubriken. 95 sind immer Kabelscheren. So, und dann die 12 ist dann das spezifische Modell. Genau. Also in dem Fall ist es so, dass die dritte Zahl individuell ist. Das kann mit Öffnungsfeder sein, das kann ohne Öffnungsfeder sein, das kann gekröpft sein. Also die ist nicht definiert. Und die vierte Zahl gibt einem wieder ganz klar vor, in dem Fall die sechs hier, verchromt, VDE-Griffe. Und da ist es dann, wenn du hier schaust, die zwei heißt immer, wir sagen dazu eine schwarze Zange, also attramentiert mit zwei Komponentengriff. Okay. Eine 01 wäre dann im Prinzip diese Variante hier. Ja, schwarz und getauchte Griffe. Damit kannst du auch schon mal wetten, dass auftreten, ne? Ich wette, dass ich alle Kniepacks sagen an ihrer Nummer erkenne. Was ist mit dieser Spange hier? Genau, das ist unsere Öffnungsfeder bei diesem Modell. Und das Schöne dabei ist, ich kann mich entscheiden, ob ich sie haben möchte oder nicht. Jetzt habe ich sie nicht. Ich habe einen ganz normalen Seitenschneider. Mache ich die Zange auf, nehme den Daumen, flipp die rum, zur anderen Seite, auf die andere Seite vom Schenkel, habe ich eine Öffnungsfeder. Wenn ich sie nicht mehr haben will, schiebe ich sie einfach wieder zurück. Ach, wie cool. Ich habe mir nämlich gedacht, sag mal, funktioniert das Ding jetzt nicht und dann habe ich hier so drum herum gedrückt, aber da passierte nichts. Das heißt, ich muss die... Rüber zur anderen Seite? Nee, ich muss die aufmachen. Also ich hatte die nicht ganz auf, weil dann sperrt die und jetzt... Genau. Jetzt hast du eine Öffnungsfeder. So, und wenn ich jetzt wieder umgedreht, dann... Hast du einen ganz normalen Seitenschneider. Ey, das ist ja so einfach gemacht, ne? Das finde ich gut. Echt so einfach und genial. Und ziemlich robust. Und ich könnte mir vorstellen, dass es vor den Fernsehschirmen, vor dem Bildschirm, im In- und Ausland, Leute gibt, die so ein Ding haben. Und es nicht wissen. Und es nicht wissen. Das ist die ganze... All die Jahre. Und wir werden jetzt wahrscheinlich Dankschreiben erhalten. Zu Tränen gerührt sind die Leute, dass sie die Öffnungsmechanik... Nee, also... Ich zähle mich aber dazu. Du siehst mich stauen, aber wir sind noch längst nicht am Ende unserer Reise. Also der Hauptunterschied bei schneidenden Zangen ist halt einmal die Schneidenhärte, welchen Materialien ich damit schneiden kann, aber auch die Schneidengeometrie. Ja, wir haben hier zum Beispiel einen Seitenschneider für Kunststoffe. Steht auch ganz dick drauf, für Plastik. Und du siehst, dass sie hier relativ scharf gehalten ist. Wenn ich da jetzt den Kraftseitenschneider dagegen halte, dann siehst du, dass hier diese Facette, die Phase viel, viel größer ist. Ja. Ich räume mal ein bisschen auf hier zwischendurch, damit wir da ein bisschen Platz haben. Und dadurch ist die Schneide in dem Fall viel robuster. Das heißt, sie ist anders gehärtet und hat einfach eine höhere Widerstandsfähigkeit im Vergleich zu der. Das heißt, wenn ich jetzt mit dem hier hingehen würde und ich schneide den hier durch, ist das überhaupt kein Problem. Du wirst an der Schneide gar nichts sehen. Ich habe den gleichen Nagel. Mache ich das mit der hier. Warte mal, warte mal. Das ist doch nur für Plastik. Genau. Vielleicht kriege ich es durch, vielleicht auch nicht. Ich kriege es durch, aber wenn du guckst, habe ich dann auch entsprechende Beschädigungen da dran. Geht doch noch, oder? Du hast aber leichte Eindrücke. Und wenn du dann fein Plastik schneidest, Ja, hier, stimmt. Genau. Wenn du dann fein Plastik schneidest, bekommst du den an der Stelle nicht mehr durch. Aber feines Plastik mit einem Seitensteiner? Was wäre denn das zum Beispiel? Das hast du zum Beispiel im Kunststoffspritzbereich bei Maschinen, wenn die die Angüsse wegschneiden wollen und da etwas größere sind, dann wirst du die an dieser Stelle nicht mehr abbekommen. Okay, also, liebe Kinder, nicht nachmachen. Würdest du jetzt das sehen bei einer Reklamation? Das kannst du sofort sehen, dass da Material mitgeschnitten worden ist, was hätte nicht damit geschnitten werden dürfen. In der Regel ist es so, dass wir sehr kulant sind. Das heißt, wir gucken uns das an. Wenn das bei einem Kunden einmal vorkommt, dann informieren wir den Kunden, was er damit machen darf und was nicht. Und sehr oft sagen wir dann, aus Kulanz bekommst du das einmal ersetzt. Aber bitte achte drauf, du weißt jetzt, was du damit schneiden darfst und was nicht. Kommst das zweite Mal vor, darf der Kunde sich gerne eine neue Zange kaufen. Dann gibt es natürlich halt verschiedenste Materialien, wie du da vorne siehst, habe ich was mitgebracht. Da ist einiges am Start. Genau, da ist halt der Unterschied, einmal was wir gerade gesagt haben, die Schneidenhärte und Schneidengeometrie spielt auch eine ganz wichtige Rolle. Was ist das? Wo ist das her? Das ist ja Alu, ne? Genau, Alu mit einem Stahlkern drin, das sind die Hochspannungsleitungen, die Überlandleitungen, die du siehst, wo der Strom durchgeht. Das ist auch Wahnsinn. Könntest du denken, das ist ein Kranseil? Nein, das ist, über das Aluminium wird der Strom gefördert und da hast du den Stahlkern, der die mechanischen Zuglast aufnimmt. Nur das? In dem Fall ja. Krass. So, und dazu, wenn du das jetzt mit einer normalen Kabelschere schneiden würdest, die für weiche Materialien gedacht ist, Kupfer und Aluminium, würdest du es nicht durchbekommen, weil du an einem Stahlkern hängenbleiben würdest und dir das Werkzeug zerstören würdest. Welches Werkzeug nehme ich jetzt? Das wäre eigentlich auch mal ein lustiges Ratespiel. Genau, wir nehmen dafür dieses Werkzeug. Ja. Das siehst du hier auch schon an der Klingengeometrie, wie massiv die ist, um das durchzubekommen. Das ist dieses Ratschengerät? Genau, das ist ein Ratschenkampscher. Das heißt, du hast hier einen Hebel mit einer Umlenkung, eine Untersetzung? da ist ein Getriebe drin, ein Dreiganggetriebe, was dann immer pro Bewegung ein, zwei, drei Hübel, je nachdem, wie weit du die Hand öffnen kannst oder nicht, das übersetzt. Okay, das heißt, du kannst den aufmachen, wenn das Kabel jetzt zum Beispiel durchgehend wäre, könntest du es einlegen und auf meine Öffnungsweite direkt auch schon mal und jetzt machst du so, das heißt, dieser Weg ist dann hier letztendlich an der Schneide so ein Weg. Genau, das ist auf der Schneide ein ganz kleiner Weg, um die Kraft zu übertragen. Aber ich bin sicher, das schaffen wir. Also, wahrscheinlich ganz easy, wenn ich die Öffnungsweite ansehe, hast du da auch noch andere Kandidaten, die da hier... Genau, das Schöne ist, du setzt das jetzt hier rein und jetzt kannst du es dann halt einfach zudrehen, damit du nicht so viel Leerhüber hast. Und dann kann man das einfach so machen. Jetzt merkst du schon. Also, du merkst, wie ihr schneidet. Jetzt wird da ein bisschen... Also, man braucht schon etwas Kraft, aber der Vorteil ist, wenn du gefrühstückt hast, geht der Akku halt nicht leer. Ja, ich habe ja gerade noch Mittag gegessen. Das ist ja auch das Schöne an so einem Kabel. Man wird zwischendurch immer belohnt, weißt du? Aber ich sehe, aber es fällt schon mal was. Stück für Stück. Stück für Stück. Du siehst schon mal, es geht was vorwärts. Genau. Und das war der Stärke. Und was ist mit sowas hier? Genau, für so dicke Erdkabel haben wir dann entsprechend hier große Ratschenkabelschneider, weil das bekommst du von der Hand nicht hin. Hier ist auch das gleiche Prinzip. Ich öffne das, kann einfach umschwenken, kann das Kabel einlegen, schließe das und dann fange ich an zu ratschen. Das ist das gleiche Prinzip, nur dass die Klinge halt dünner und schärfer ist. Okay. Die Klinge kann ich aber dann auch mal austauschen. Genau, die Klinge gibt es als Ersatzteil, es gibt auch den Körper als Ersatzteil, aber ich sage mal so, wenn du das hier alles verwurstet hast, dann kannst du auch komplett neu kaufen. So, jetzt ist er geklemmt. Genau, und jetzt gibt es hier eine Besonderheit, dieser Bereich ist höher als dieser. Das heißt, du kannst es jetzt hier aufsetzen und kannst jetzt mit deinem ganzen Körpergewicht arbeiten, ohne dass du es über die Hand machen musst. Jetzt siehst du natürlich schon die Schirmung hier, alles was da so drin ist in so einem Kabel. Also du brauchst schon, man muss ein bisschen arbeiten, aber es geht. Warum machst du hier nicht einen längeren Hebel? Transport und Bau größer. Okay, also man sagt, es ist jetzt hier schon kein ebenmal Spaziergang, es ist so im zumutbaren Bereich. Genau, es ist im zumutbaren Bereich und wenn du mal oft schaust, wenn solche Kabel verlicht werden, die sind in der Erde drin, in diesem Baugrom hast du nicht immer viel Platz und da ist das dann besser. Ich glaube, jetzt hat er verspielt. Jetzt gehst du durch. Sauberer Schnitt, ne? Absolut. Fändige Zuschauer könnten jetzt auch anhand des Leerwegs und anhand des Kabeldurchmessers die Übersetzung rausrechnen. Wenn wir da welche haben? Ja. Gerne. Kleine Rätselaufgabe. So, wenn jetzt aber jemand das häufiger macht, ist er dann nicht auch elektrisch unterwegs? Da gibt es entsprechend von Anbietern elektrische Kabelscheren, die das können und klar, wenn ich es 20, 30 Mal am Tag mache, wird das auch entsprechend gemacht. Dennoch haben die meistens immer noch so ein Werkzeug im Wagen. Einmal Baugröße, manchmal ist es einfach auch die Transportstrecke. Für einen Schnitt muss ich da nicht unbedingt vier Kilo mitschleppen, sondern dann nehme ich so ein kleines Gerät mit und das ein oder andere Mal soll es vorkommen, auch im Winter, dass der Akku leer ist und dann habe ich da die Möglichkeit, meine Arbeit zu Ende zu bringen. Hier wiederum Do Not Cut Steel. Genau. Auch wieder Hinweis. Vom preislichen, was liegt so? Vom preislichen liegen wir da schon gut bei 300 Euro. 300 Euro? Ja. Das ist aber auch jetzt die Version, die dann entsprechend VDE getestet ist mit allen Sicherheitsprüfungen und Regeln, die du da hast. Und du hast ja jetzt hier noch welche. Wofür sind die dann? Genau. Das sind einfach nur andere Kapazitäten. Ja, also wenn ich nicht immer so große Kapazitäten habe, dann kann ich auch den kleinen nehmen. Der ist natürlich auch preislich günstiger und so spiegelt sich das bei den anderen auch wieder. So, der sieht auch mächtig aus. Genau, ist auch eine Kabelschere. Indirekt mit Ratschenfunktion. Das ist dann für kleinere Querschnitte, also nicht ganz so große, wie wir gerade hatten. Und Platz ist immer ein Thema in den Fahrzeugen. Das heißt, ich habe hier diese beiden Knöpfe und kann dann die Länge, die ich brauche, teleskopieren und damit arbeiten. Und wenn ich unter verschiedenen Winkeln arbeiten muss, dann habe ich hier die Möglichkeit, den Knopf zu drücken. Und dann kann ich auch in gewissen Winkeln arbeiten. Oder ich nutze das halt einfach als Ratsche, um dann bequemer zu arbeiten, damit ich nicht so eine große Spanne habe, wo ich dann keine Kraft mehr habe. Das ist ja auch clever. Auf der einen Seite hat die Ratsche dann diese Winkelfunktion und es ist eine Ratsche. Und es ist eine Ratsche, genau. Ist das so gedacht, dass man sagt, wirklich so viel wie nötig, so wenig wie möglich mit dem Platz hier? Also, dass man eigentlich sagt, du könntest vielleicht auch so arbeiten? Genau, wenn du ganz kleine Querschnitte hast, kannst du natürlich auch so arbeiten. Was wäre denn hier zum Beispiel? Wenn du jetzt größere hast, dann geht es nicht. Wenn man die Jüngleitung ist ja jetzt piece of cake. Völlig uninteressant dafür. Ja, genau. Da kannst du dir jetzt 10 Stück nebenan nachnehmen. Aber hier, der ist natürlich. Der ist immer so los dafür, ja. Und jetzt steht auch wieder hier, CU, also Kupfer, Aluminium, Aluminium. Bis Durchmesser 38. So, aus unserer Asi erwarten kann man noch mal ein bisschen Kabel. Könntest du den ganzen Strang jetzt einfach auch so komplett? Ja. Gut, probiere ich das. Ich würde es kopieren und dann geht es am einfachsten. Alter, das ist nicht so einfach. Nein, nein, aber es geht. Dominik macht sich schon wieder bereit. Ja, jetzt kommt er. Ja, ich bin da mit falschen Erwartungen angegangen. Ich dachte, das wäre noch... Das ist kein Ratschenkabelschneider, ne? Nein, du hast hier schon recht massive, dicke Kupferleiter drin. Also da muss man schon ein bisschen PS haben. Aber das ist sauber. Guck mal hier, da ist nichts abgeschert oder so. Das ist sauber abgeschnitten, ne? Ja, absolut. Aber das ist dann halt auch direkt wieder ein Thema der Schneidengeometrie. Wenn ich dir jetzt einfach mal einen klassischen Seitenschneider gebe, das ist unser 7060 Seitenschneider, den eigentlich jeder Elektriker hat. Das ist eine Standardausrüstung. Und wir haben hier ein 5x2,5-Kabel. Also das Nym-Kabel, was für Steckdosen und sowas verwendet wird. Und dann würde ich dich einfach mal bitten, ich schneide mal was von ab. Ja, ist schon nicht so gut. Oder ja, doch. Was ich dann mache, ist so, dass ich so halb mit der Spitze. Und dann knipst du das hier so. Und dann kriegst du es auch. Um den Druck wegzunehmen, damit du nicht so viel Kraft hast. Genau. Dafür habe ich ja auch sowas. Genau. Dafür gibt es dann Kabelscheren. Und da hast du jetzt eben nicht ein Knipsen, sondern wirklich so ein... Ein Schnitt. Ein Schnitt, ne? Das ist also im Prinzip der Scherschnitt. Und bei den Seitenschneidern sprechen wir von einem Beißschnitt. Ja, zack. Ganz einfach. Das würde jetzt auch gehen? Eine Einzelne? Eine Einzelne, ja. Musst du auch gut drücken, aber das geht. Gut drücken ist ja manchmal hilfreich. Doch, ja, du hast recht. Das ist jetzt schon wieder vorbei mit der Unschuld hier. Komm mal her. Ich habe hier eine Aufgabe für dich. Das ist auch im Prinzip das Schöne dabei, dass unsere Zangen in der Regel mehr können, als dass der Mensch einfach kann. Ja. Ja, es kommt aus dem Mensch an, ne? Okay, geht. Kloppt. Ja, ne? So ganz einfach, oder? Jo. Jo. Guck mal, so viel Spaß hier schneidet nochmal. Moment, du machst ja auch mit Zweien jetzt. Ja, mit einer? Ja, ich habe den mit einer Hand, nicht mit zwei Händen. Das hätte ich auch gekonnt, du Schummler. Mach mit einer Hand. Hat in der Kamera keiner gesehen. Ja, mach mit einer Hand. Ne, ne, auch nicht mit dem Tisch. Aus dem Arm raus. Ich habe nicht so große Hände wie du. So wird das nichts. Das ist zu rutschig. Ja, mit zwei Händen kann das ja jeder. Also das ist halt der Punkt, dass die Zangen meistens mehr können, als der Mensch einfach. Ja, und das ist auch der Grund, warum wir bei den schneidenden Zangen so viele haben, dass wir im Prinzip jedem Kunden die Möglichkeit bieten, ob starke Handkräfte oder weniger Handkräfte, im Prinzip, nehmen wir einfach mal als Beispiel, diesen Nagel schneiden zu können. Also es würde hier keiner den Raum verlassen, ohne dass dieser Nagel geschnitten ist. Ja, und wenn das dann halt, wenn so einen kleinen Kobold nicht hinkriegt, dann nimmt er halt nachher den großen, aber er kriegt diesen Nagel geschnitten. Was ist denn mit sowas hier? Ja, das ist wieder Thema Untersetzung. Genau, das ist Thema Übersetzung. Das ist unser Twin Force. Die Besonderheit liegt hier drin, dass wir hier zwei Gelenke drin haben, im Prinzip zwei Niete anstelle von einem. Einen siehst du da und einen siehst du auf der gegenüberliegenden Seite. Und damit hast du dann auch sehr, sehr hohe Übersetzungskräfte. Ja, trotzdem. Ja, pass auf. Da können wir jetzt Folgendes machen. Wir haben ja immer gesagt, wir möchten so nah wie möglich ans Gelenk dran. Sind wir jetzt ja gar nicht. Ja. Das heißt, wir reden da vom Nachsitzschneiden. Das heißt, du gehst hin, du drückst den an, öffnest die Zange wieder, rutscht in dem gleichen Schnitt nach und dann kriegst du es durch wie Butter. Ach, ich weiß, was du meinst. Weil du kommst jetzt, der Nagel ist noch so dick, du kommst jetzt nicht ganz ans Gelenk dran. Du kommst nicht so nah ran, wie du eigentlich möchtest. Genau. Also kerbst du ihn ein. Okay, ich kerb ein. Kannst dann nachrutschen. Ja. Jo, tatsächlich. Und dann, zack, geht das durch. Das kann ich noch nicht. Also ich bin da auch nicht drauf gekommen, aber es ist ja eigentlich auch logisch. Dann sollte man versuchen, sich das so einfach wie möglich zu machen. Das ist mal ein richtiger Tipp aus der Praxis. Ja, dann haben wir eigentlich fast alles hier durchgeschnitten, was man durchschneiden kann. Aber damit machst du mich noch neugierig. Kupferrohr. Genau, Kupferrohr ist mit einer klassischen Zange, egal was wir hier nehmen, natürlich ein bisschen schwer. Ist aber halt im Bereich Sanitär immer wieder ein Thema. Und die Kunden haben uns gefragt, ob wir da nichts haben. Haben wir tatsächlich auch nicht gehabt bis dato. Bis wir dann zu dem Bereich der Rohrschneider übergegangen sind, um solche Elemente dann zu schneiden. Ja, und die setze ich dann hier ein. Ich schiebe es ran. Und dann funktionieren sie wie jeder Rohrschneider auch. Bei jedem Mal drehen, stelle ich zu. Eine Besonderheit ist hier jedoch, dass wenn ich... Normalerweise setze ich das rein und du siehst, es wackelt. Ja, also es kann mir rausfallen. Der hat eine Federvorspannung, ne? Genau, der hat eine Federvorspannung. Das heißt, ich drücke einfach hier gegen, drücke den jetzt in die Feder rein. Dann bringe ich Spannung drauf und dann kann ich einfach wie mit jedem Rohrschneider schneiden. Gut, man muss den Rohrschneider einfach auch festhalten. Genau. Wenn man dann das Rohr geschneidert hat. Aber dafür sind die Knipex-Produkte so robust, dass das egal ist. Was ist das? Rohrschneider? Genau, das ist aber ein Rohrschneider. Aber ich habe ja hier kein Gewinde. Genau, das ist für unsere HT-Rohre hier oder Abschlussrohre. Und zwar kann ich den hier auf den entsprechenden Durchmesser einstellen. Das heißt, ich drücke hier diesen Griff, dann geht die Klinge zurück, ich kann es einlegen und dann kann ich drehen. Also ich muss es halt auf den richtigen Durchmesser einstellen. Ich habe hier drei Positionen. Ja, für 32, 14 und 50 Millimeter. Und dann setze ich den hier rein und dann drehe ich einfach nur noch hier in Pfeilrichtung. Oder ich drehe das Rohr und dann schneide ich das ab und fasse das gleichzeitig an. Dass ich das direkt wieder verbauen kann. Wie ist das? Ist da ein zweites Messer drin oder was? Genau, das ist einfach eine entsprechende Klinge mit einem V drin, um die Faser reinzubringen. Ach cool. Kostenpunkt? Kostenpunkt um die 50 Euro. Das können wir dann ja gleich irgendwo noch verbauen hier, bevor wir es wegschmeißen. Genau. Bei den Elektrikern haben wir das gleiche Problem, dass die ja die HT-Rohre haben. Und dort gibt es unseren Bix. Das ist auch ein Rohrschneider. Ich nehme mal einfach das gleiche Rohr hier. Den nehme ich hier so in die Hand. Habe hier in der Mitte eine Klinge. Schließe dann. Und dann mache ich zwei Umdrehungen. Die erste ist zum Anschneiden. Bei der zweiten durch. Jetzt habe ich es in einem schon durchgemacht. Wie schnell ging das denn bitte schön? Genau. Einziger Unterschied ist, ich habe keine Phase. Ja. Aber wenn ich Panzerrohre verlege für den Elektriker, brauche ich auch keine Phase. Darf ich mal? Also rein. Genau. Reinlegen. Ja. Schließen. Daumen hier hin. Das war schon. Ja. Krass. Ganz schnell. Krass. Was kostet das? 20? 19 Euro. Krass. Also für 20 Euro überlegst du doch nicht lange, oder? Ursprung war gedacht für den Bereich Sanitär. Unser größter Kundenkreis sind im Moment die Elektriker. Also du kannst auch ganz normale Kabelrohre hier, diese Kunststoffrohre. Genau. So. Ja. Also im Prinzip sämtliche Art von Kunststoffrohren kannst du damit schneiden. Solange es reiner Kunststoff ist. Und du siehst die Schnittkante, wo ist die? Genau, du hast im Prinzip hier immer Markierungen, dass du weißt, wo die Mitte ist. Ja, genau. Wenn du dir das Rohr markierst, dass du dann auch immer die gleiche Stelle triffst zum Abschneiden. Zwei Ersatzklingen sind auch schon drin mit integriert. Wo? Hier. Da siehst du die Bohrung, da sind die drin. Ich muss den Messerblock rausschrauben und dann kann ich die beiden Klingen rausschieben. Und dann kann ich den Messerblock auch drehen und kann damit im Sanitärbereich die Abdichtungsnorm aus 2018 befolgen. Ach die? Dass alle Rohre, die aus der Wand kommen, brauchen jetzt Dichthülsen. Damit, wenn du eine Leckage hast, damit die nicht in die Wand läuft, sondern aus der Wand raus. Und das sind so Gummitüllen. Ja. Und die musst du Wanden abschneiden. Und das wurde entweder mit dem Sägeblatt, mit dem Cuttermesser gemacht. Du hast die Fliesen bestätigt, du bist abgerutscht, du hast in den Finger geschnitten. Und dann ist die Klinge hier außen, dann setzt du es bündig an die Wand an, drehst zweimal und dann hast du das bis ein Millimeter vor der Wand abgeschnitten. Dann habe ich aber noch einen, aus unserem Bestand auch, wenn du Kabelkanäle schneiden willst. Ganz genau. Wenn du Kabelkanäle schneiden willst, da muss man aber dabei sagen, es gibt ja Kabelkanäle, die haben diese Zähne, sage ich mal. Diese Gitter, wo du durchgucken kannst und die geschlossenen. Und der ist für die mit Zähnen gedacht. Genau, das ist ein Schnitt. Also du hast nicht die klassische, wie es viele machen, die Flex. Was natürlich einen gewissen akustischen Lärm bedeutet, aber auch die Spänen und die Verschmelzungen, die du dann wieder abschaben musst. Genau, das ist ja nicht so sauber, du musst dann nochmal fast gegebenenfalls die Grate entfernen. Genau. Auch eine Sache, wo ich jetzt früher Kniepacks nicht verortet hätte mit solchen Produkten, also gerade sowas hier. Aber auch hier made in Germany, nur da auch steht wieder for plastic only. Genau. Aber was willst du da sonst auch mitmachen? Also Ketten schneiden brauchst du damit nicht. Nein. Was im Thema schneidende Zangen auch noch so ein bisschen reinfällt, ist so eine Revolverlochzange. Kennst du klassisch für ein Gürtel, die Löcher zu erweitern. Pferdesport bei den Sätteln kann man damit alles machen. Bauerlochstechen. Ähm, ja, so ähnlich, solche Anfragen bekommen wir tatsächlich. Ich habe eine Anfrage auf dem Tisch gehabt, ob es damit möglich ist, ähm, Nippelpiercing zu machen. Damn! Aber ich habe noch ein paar Sachen hier, wo ich noch Fragen habe. Das zum Beispiel. Was ist das für eine Form hier? Ist das einfach für zwei Durchmesser oder was? Nein, das ist, wenn du in der Industrie bist, bei den Robotern hast du Steuerleitungen. Und du hast eine relativ dicke Leitung, die da hingeht, wo ganz, ganz viele kleine einzelne Kabel drin sind. Das heißt, du hast unheimlich viel Isolierung, aber wenig Kupfer. Ja. Und die Handbreite, wenn du die schneiden wolltest, wäre so groß, dass du die Zange gar nicht mehr schließen kannst. Also gehst du in der ersten Stufe hin, schneidest die Isolierung ein und schneidest wahrscheinlich auch die ersten Leiter an, kannst dann nachrutschen und dann komplett durchschneiden. Das ist eine reine Ergonomie-Sache. Also auch wieder das Nachsetzen. Das Nachsetzen, genau. Wir lernen nicht für die Schule, sondern für das Leben. Nachsetzen ist für nicht so Clevere und Nachsetzen ist für die Schlauen. Genau. Ja, jetzt habe ich es verstanden. Dann das hier. Was ist das? Das ist eine Schere, um Alu-Verbundrohre zu verarbeiten. Das heißt, hier kann ich sie einkürzen. Früher waren die Alu-Verbundrohre oft noch in Wellrohre gepackt als Schutz. Zum Beispiel Bodenheizung, Wasserleitungen. Und Heizungsleitungen werden ganz viel heutzutage aus allen Verbundrohren gemacht. Und wenn du die schneidest, kann es sein, dass du das Rohr leicht deformierst. Und hier drüber kannst du das neu kalibrieren. Und du schneidest sofort eine kleine Faser an, dass du das auf entsprechende Pressfitting ersetzen kannst. Das ist aber auch sehr speziell, oder? Reiner Sanitärbereich. Wie sorgt ihr dafür, dass eure Kunden davon erfahren? Weil du bringst jetzt irgendwie so eine Innovation raus, wo du sagst, es ist ein geniales Tool, wenn es keiner weiß. Also erstens arbeiten wir da ganz, ganz eng mit den entsprechenden Gewerken zusammen. Das heißt, es kommt nicht ein Werkzeug von uns auf den Markt, was nicht vorher im Gewerk getestet worden ist. Um einfach die Rückmeldung zu bekommen, ist es das Richtige, was wir da machen? Ist es der richtige Weg, der richtige Ansatz? Wo gibt es Stärken, wo gibt es Schwächen oder Verbesserungspotenziale? Und wenn das geschehen ist und wir damit in der Fertigung gehen, dann gehen wir nochmal auf die Gewerke zu. Präsentieren denen nochmal die Werkzeuge. Wir gehen in den Fachhandel ran für den Sanitärbereich zum Beispiel. Stellen das den Händlern vor. Social Media ist ein Thema. Ihr habt auch selber einen YouTube-Kanal oder so ein Werkzeug? Wir haben Werkstatt TV, genau. Da werden alle Neuheiten, die wir haben, vorgestellt in einem Video. Da werden sie praktisch vorgeführt. Es werden technische Daten dazu mitgegeben. Und dann gibt es auch so Shorties auf YouTube oder Instagram, wo dann die Produkte nochmal ganz kurz vorgestellt werden. Verlinken wir unten. Also mal reingucken. Und last but not least, den Kandidaten haben wir auch schon mal gezeigt. Smartes Werkzeug. Du hast hier zwei Möglichkeiten. Entweder ganz normales Cuttermesser oder mit dem zweiten Schieber hast du hier noch so eine Verstärkung, sodass du richtig Druck auf das Cuttermesser geben kannst, ohne dass sich die Klinge jetzt durchbiegt oder bricht. Genau. Ist halt interessant, wenn du zum Beispiel jetzt als Tapezierer arbeitest und du hast ja, wenn du jetzt an der Decke die Tapete bündig abschneiden möchtest, gibt es ja diese Leitbleche. Wenn du ein normales Messer hast, Trapezklinge, dann bist du ja mit deinem Messergehäuse sehr nah an die Wand. Das heißt, deine eine Hand kann die andere Hand blockieren. Und so kannst du das Ganze ausfahren, über die Schiene stabilisieren, dass du nicht anfängst, die Klinge zu verbiegen und einen schönen geraden, sauberen Schnitt zu machen. Magnesiumgehäuse. Genau. Magnesiumgehäuse haben wir uns für entschieden, weil wir wollten ein sehr leichtes, aber dennoch robustes Gehäuse haben. Das heißt, es ist sogar etwas leichter als Aluminium, ist aber wesentlich stabiler als Kunststoffgehäuse, sodass im Prinzip die besten Elemente und Eigenschaften vereint sind. Das ist so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil wenn du es nicht weißt, es fühlt sich an wie Plastik vom Gewicht her. Du spürst vermeintlich diese Wertigkeit nicht, aber obacht, das ist Magnesium, also was Schönes. Ja, hast du noch was? Drahtseilscheren hätten wir noch im Angebot. Wenn wir jetzt klassische Drahtseile schneiden wollen, wie dieses hier zum Beispiel, was du im Bereich Sonnensegel oder Geländer, wenn du Edelstahl hast, oft moderne Gebäude, dann haben die solche Stahlseile als Trennelement, dass man nicht runterfällt. Was da viele leider, leider, leider machen, versuchen das im Prinzip, wir nehmen jetzt mal hier so einen großen oder den hier, den du ja gerade schon hattest, das mit einem Seitenschneider zu schneiden. Ist fies, weil das ist zäh, das geht schlecht. Es ist zäh, es spleißt und es ist richtig viel Arbeit und dafür gibt es dann im Prinzip solche Drahtseilscheren, die dann speziell dafür ausgelegt sind, um solche Drahtseile zu schneiden. Das ist aber krass. Jetzt guckt euch mal so eine Drahtseilschere an, was das hier für eine Konstruktion schon alleine ist, ne? Genau, die besteht aus mehreren Teilen, da haben wir 2018 auch ein Award für gewonnen, ein Design Award, weil diese Schere klein ist, leicht ist, handlich, aber eine brutale Übersetzung hat. Ich probiere das mal aus. Dafür bin ich ja auch da. Das ist der Hammer. Aber ich gehe jetzt davon aus, das geht relativ easy, aber eben habe ich mich auch was sagen, das wäre so leicht und dann musste man doch ganz schön, aber ja, ja. Das geht ziemlich leicht. Ja. So, und jetzt ist die Frage, spleißt das hier auf? Ne. Nein, das bleibt zusammen. Nochmal den Unterschied mit dem Seitenschneider, bin ich jetzt auch neugierig. Und das ist schon ein Kraftseitenschneider? Ja. Ich gehe jetzt hier ganz... Ja. So, jetzt passiert genau das, das spleißt auf, das legt sich flach. Genau, und jetzt musst du versuchen, quasi fast alles auf einmal zu schneiden. Ne. Nee, kriegst du nicht durch. Willst du nochmal? Ne. Selbst mit zweien, ne? Und das sind ja die Momente, wo du jetzt am Fluchen bist. Wie ein Kesselflicker. Jetzt probiere mal hier mit dem... Ja, jetzt mit einer. Aber... Schöne Bild. Mhm. Was kostet so eine Zange? Die müsste bei 38 Euro ungefähr liegen. Finde ich jetzt für das, was sie kann, fair bepreist. Das ist ja das, was ganz viele meinen, dass Knipex immer sehr teuer ist. Wenn man aber in der... Man muss ja dann auch fair sein, Äpfel mit Äpfel vergleichen. Wenn man dann in der gleichen Qualitätsrange unterwegs ist, ist Knipex tatsächlich in sehr vielen Fällen im Mittelfeld. Ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile an einem Punkt, wo wir wissen, dass Knipex nicht nur einen Seitenschneider, eine Kneifzange und eine Kombizange macht und eine Wapu-Zange. Nicht ganz. Aber du hast noch was im Gepäck. Genau. Und zwar gibt es noch das große Feld für die Elektriker. Das ist das Thema Abisolieren, Schneiden und Krimpen von Kabeln. Okay. Das heißt wieder umräumen. Und jetzt sind wir beim Kapitel, arbeitest du mit Draht-Frag-Knipex-Umraten. Den kanntest du noch nicht, ne? Nein, der war aber schön stumm. Da haben wir eine Lösung für. Habe ich mir auch gerade ausgedacht. So, da habt ihr Lösungen, weil es geht um Krimpen und um Abisolieren. Und ich kann euch sagen, dass ich mit diesen Konsorten schon öfter gearbeitet habe und sehr zufrieden war. Aber es sind auch Sachen, die schon echt heftig aussehen. So was zum Beispiel. So ein Trommel-Revolver. Genau. Ist auch fast so was, ne? Ist so ähnlich. Genau. Du hast im Prinzip hier vorne ein Magazin dabei, was aussieht wie ein Revolver. Und in der Zange sind im Prinzip die fünf gängigsten Gesenke, die so der klassische Elektriker braucht, vereinigt. Das heißt, ich drücke den Knopf hier in der Mitte, ziehe es raus, kann hier entsperren und schon kann ich loslegen. Und sobald ich wieder tauschen möchte, ist es ganz wichtig, den Riegel wieder runter, weil das gibt mir die Distanz vor. Ich kann es reinstecken, ich ziehe es einfach nur raus. Jetzt nehmen wir hier was für Ader-Endhülsen und ich kann weiterarbeiten. Also habe ich im Prinzip alles direkt am Mann. Also ich habe auch eine Zange, also mindestens eine in dieser Form, aber ich habe diese Trommel nicht. Und dann fängst du ja an, dann hast du irgendwo einen Kasten oder was weiß ich, wo du diese Gesenke aufbewahrst. Und das hat natürlich jetzt den Vorteil, du kannst es anwenden, aber du hast auch Ordnung im System. Genau, die fliegen ja nicht rum, alles was rumfliegt, geht verloren und so hast du es gebündelt immer bei dir. Kostenpunkt? Kostenpunkt 300, 315 Euro. Okay, also Qualität kostet, allerdings hast du ja die Gesenke dabei und auch die kriegst natürlich einzeln. Sind natürlich auch nicht für 2,50 Euro zu haben. Erstens das und das zweite ist, wenn du dir vorstellst, dass du 5 Einzelzangen kaufst, die wir ja auch im Programm haben. Es liegt immer daran, welche Arbeit du machst. Es ist ja so, dass du mehr Gewicht hast, mehr Platz benötigst und wenn ich 5 Einzelzangen kaufe, auch noch teurer bin. Ja, nur daran denken, vor dem Krimpen die Einsätze, weil es soll schon Leute gegeben haben, die haben relativ lange rumgekrimmt und es passiert ziemlich viel. Das ist dann der Krimp für den Siemens Lufthaken, der hält ewig. Ja gut, aber da musst du auch das WLAN-Kabel dabei haben. Für die Verbindung, ja. Für die Verbindung, ne? Ja, genau. Was hast du noch? Ader-Endhülsen ist immer ein ganz großes Thema. Da haben wir hier die verschiedensten Zangen für Ader-Endhülsen im Programm. Legen wir jetzt einfach mal hier hin oder auch diese Variante. Das ist so die Hobby-Variante, die ich zu Hause nutzen kann, wenn ich denn dann mal was mache. Die ist nicht für einen Profi geeignet und zwar liegt es daran, weil ich hier keine Selbstkrimpung habe. Das heißt, hier krimpe ich über meinen Handdruck, über meine Handkraft und die variiert jedes Mal. Und das ist halt in der Elektrobranche nicht zulässig. Das kann ich zu Hause machen, das darf ich aber nicht als Profi machen. Als Profi muss ich auf eine Krimpzange mit Zwangskrimpung zurückgreifen. Das bedeutet im Prinzip, ich schließe die Zange und sie öffnet nicht mehr. Also ich bekomme sie nicht auf. Es gibt hier zwar eine Notentriegelung, wenn ich mich vertan habe, aber erstmal geht sie nicht auf. Sie geht erst dann auf, wenn ich komplett geschlossen habe, dann öffnet sie wieder. Und das bedeutet, dass ich, ob ich ein oder 100 Krimpe mache, die sind alle immer identisch. Was bei dieser Variante nicht möglich ist. Das merkst du ja auch hier bei den Kollegen. Hier hast du das ja auch. Du hast ja dann wirklich diesen Druckpunkt und dann, ich finde das ist immer so ein bisschen so eine Belohnung beim Krimpen. Ja. Du hast immer auch so ein haptisches Feedback. Genau. Ich finde das macht auch Spaß, wenn du so deine Ader enthüllst und dann da drauf sitzt, zack, zack, zack. Und dann gehst du durch und krimst dann eins, zwei, drei, vier. Und gerade bei so einer Krimpung, das erinnert ja so ein bisschen an so eine Blende beim Objektiv, beim Fotoapparat. Wer das noch kennt, so ein analoges Ding. Und du siehst ja auch, dass du wirklich eine schöne Verkrimpung dann hast, ne? Absolut. Und das Schöne ist halt dabei, dass du wirklich sicher sein kannst, dass es funktioniert hat. Und das nicht nur bei der ersten, sondern auch bei der zehnten oder zwanzigsten. Und die sehen halt auch alle identisch aus. Was ist denn jetzt der Unterschied dann mit den beiden hier? Der Unterschied hierbei ist, dass, wenn ich die auch nochmal dazu nehme, dass die sehr gerne verwendet wird. Wenn ich zum Beispiel vor einem Gerät stehe oder an einem sitzenden Arbeitsplatz bin, ich kann mein Kabel im Prinzip von der Seite zuführen. Ich kann sehr gut sehen, was ich mache. Im Schaltschrankbereich, wenn mir viele Kabel entgegenkommen, wenn ich gerade am Anfang bin und ich würde so arbeiten wollen, manchmal sind die Kabel nicht lang genug. Und jetzt kommen hier ganz viele raus. Die könnten mich in der Hand stören. Ich hätte nicht meine Bewegungsfreiheit. Und dafür gibt es dann zum Beispiel diese Zange, die von vorne krimpt, nicht von der Seite. Das heißt, ich kann mein Kabel von vorne einführen, krimpen und bin nicht mit meiner Hand irgendwo im Weg oder im Sichtbereich. Wenn ich sehr flexibel sein will, wenn ich zum Beispiel auf Montage bin, immer andere Voraussetzungen vor Ort habe, dann kann ich sehr gut diese Krimp-Zange nehmen. Und zwar ist das unsere Tristor 16. Da kann ich mich nämlich entscheiden. Möchte ich arbeiten wie die von der Seite? Möchte ich, bin ich am Schaltschrank? Dann drehe ich das Gesenk einfach nach vorne. Im schlimmsten Fall könnte man theoretisch auch 45 Grad links oder rechts drehen oder von hinten, was mir jetzt keinen Sinn macht. Aber auch diese Möglichkeit würde bestehen. Hast du aber jetzt hier eine Vierfachverkrimpung, ne? Genau, das ist eine Vierdornverkrimpung. Hier bin ich bei Sechstorn. Hier bin ich ebenfalls bei Vierdorn, also nicht Vierdorn, sondern Vierkantverkrimpung. Ob ich Vierkant nutze, ob ich Sechskant nutze, ob ich Trapez nutze, spielt für den Krimp selber keine Rolle. Es ist immer die Frage, wie mein Gegenspieler aussieht, also wo möchte ich das reinstecken? Und die Regel ist da, dass ich immer versuche, so viel Kontaktfläche wie möglich zu bekommen. Und wenn ich jetzt einen alten Schaltschrank habe, wo ich zum Beispiel die Kupferplatten mit einer Schraube aufeinanderpresse, dann habe ich ja zwei glatte Flächen. Dann nehme ich einen Vierkant, weil ich darüber die größte Kontaktfläche habe. Ich muss also immer versuchen, die größte Kontaktfläche zu bekommen. Und deswegen gibt es die verschiedenen Gesenke. Wusstet ihr auch nicht. Gut, bin ich jetzt kein Elektriker, aber das eine ist weder gut noch schlecht, sondern ich muss immer gucken, Anwendungsfall. Genau. Und dann im besten Fall wirklich halt sechsfach und vierfach dabei haben. Genau, es gibt da kein Gut oder kein Schlecht, kein Richtig oder kein Falsch, sondern es kommt immer auf den Gegenspieler drauf an, wo ich es reinsetzen möchte. Dann haben wir hier so Sachen, wo mir jetzt nicht direkt so klar ist, was haben wir hier. Das ist eine kleine Krimpzange für Molex-Stecker. Das sind ganz spezielle Stecker, die sehr klein und fragil sind. Und da habe ich hier so einen Locator oder eine Aufnahme, wo ich die Stecker dran fixieren kann, dass sie sich auch bloß nicht verdrehen. Dann führe ich mein Kabel ein und kann diese krimpen. Also die meisten Krimpzangen sind halt immer für ein oder zwei Steckertypen ausgelegt. Leider gibt es da, oder Gott sei Dank, wie man sehen möchte, gibt es da sehr, sehr viele Krimp-Stecker auf dem Markt, sodass das manchmal ein bisschen unübersichtlich ist. Deswegen haben wir auch, ich sage mal, für die gängigsten Sachen Einzelkrimpzangen. Und sobald es wirklich in die Vielfalt reingeht, haben wir auch eine Krimp-Systemzange. Krimp-Systemzange heißt? Krimp-Systemzange heißt, dass ich im Prinzip ein Zangehäuser habe als geschlossenes System. Und für dieses System haben wir dann die verschiedensten Krimp-Gesenke im Angebot. Was ist denn jetzt der Unterschied zu dem? Die Krimp-Gesenke an sich oder die Form, was die krimpen können, ist identisch. Die Aufnahme ist in dem Fall anders. Hier ist es ein geschlossenes System. Hier kriege ich wirklich nur diese fünf Gesenke rein. Da wird es auch nicht mehr geben, weil das ist so der Standard, den jeder, ich sage jetzt mal, Haus- und Hofelektriker nutzt. Und das ist dann eher der Bereich für Firmen, die viel wechselnde Gesenke haben, Spezialbereiche reingehen, wo man vielleicht auch mal ein Krimp nur einmal im Jahr macht. Habe ich hier die Möglichkeit, das entsprechende Gesenk zu kaufen und dann einzubauen. Wie viel gibt es denn davon? Bei uns im Katalog stehen um die 80, 90 bis 100 Stück. Das wird immer mal ein bisschen mehr. Unsere Tochterfirma Rennsteig, die unser Krimp-Spezialist im Hause ist, die haben über 1200 verschiedene Gesenke. Also da ist eigentlich immer was für jeden dabei. Das hört sich so an. Das ist für jeden was dabei. Wählen Sie aus 1200 Gesenken. Aber Rennsteig auch nochmal der Hinweis. Ich meine, das haben wir auch schon mal gesagt in der Sendung, dass Rennsteig euer Tochterunternehmen ist. Das heißt, Sie sind irgendwann zur Kniepix-Gruppe dazugekommen. Und sind der Spezialist eben Krimpen, abisolieren. Entsprechend werden diese Werkzeuge quasi bei euch in der Gruppe gemacht, aber nicht in Kronenberg. Die gibt es ja auch noch von Rennsteig. Dann sehen die ja von der Form ähnlich aus. Also nicht denken, dass jetzt Rennsteig oder Kniepix was kopiert oder klaut, sondern kommt aus der Familie. Nein, also Rennsteig ist da. Wie gesagt, unser Krimp-Spezialist und Abisolier-Spezialist. Das heißt, Sie fertigen für uns die Produkte, verkaufen sie aber auch unter eigenem Namen. Das heißt, dann sind hier halt die Griffe anders, die Farben anders. Also es sind keine Kopien aus Asien, sondern es ist alles made in Germany. Auch diese Produkte werden halt, wie du gerade sagtest, nicht in Wuppertal, aber in Thüringen gefertigt. Also alles, was du hier auf dem Tisch siehst, ist made in Germany. Bei dieser Abisolier-Zange, das ist ja auch so ein bisschen Multitool, weil du hast ja immer hier den, nicht immer, aber meistens hier so einen Kabelschneider nochmal. Dann hast du hier den Anschlag, wo du eben die Tiefe oder die Länge der Abisolierung einstellst. So, und da gab es aus dem Zuschauerbereich Info, dass der Vorgänger teilweise Probleme hat bei 0,2. Und die sind ja zertifiziert von? 0,03. 0,03, also 0,2. Sollte theoretisch kein Problem sein. Hier ist es aber so, dass ich an dieser Zange nichts mehr einstellen kann. Das heißt also, jeder, der irgendwo daherläuft, dem kann ich die in die Hand drücken und sagen, isolier mir was ab und er kann keinen Fehler machen. Das ist erstmal der Vorteil. Der Nachteil dabei ist, wenn ich schwankende Isolierung habe, wenn ich schwankende Temperaturen habe, kann es manchmal sein, dass sie einfach an ihre Grenzen stößt. Und wenn es dann zum Beispiel zu kalt ist, dass sie es dann nicht abziehen kann, dann rutscht sie einfach drüber. Genau. Oder wenn ich jetzt wechselnde Isolierung habe, dann kommt oft die Aussage von Conia, das ist doch meine Standardisolierung, mein Standardkabel. Was für ihn vielleicht der Standard ist, ist für einen anderen ein Exoten. Also das ist immer sehr schwer zu definieren. Und dann kann es halt einfach sein, dass ich da abrutsche. Prinzipiell ist ja das System geläufig so, du steckst das Kabel hier rein, jetzt drückst du zu und jetzt gibt es einmal einen Druck, wo er einkehrt. Und dann gehen die Messer in die Isolierung, greifen rein und dann ziehen sie sie ab. Natürlich dürfen die Messer nicht zu weit reingehen, dass die Litzen beschädigt werden, die Einzellitzen. So. Und das läuft eigentlich problemlos. Aber, das ist eben das Ding, wenn du jetzt sowas bei 30 Grad verarbeitest, hat das ja eine Weichkeit. Also die Steifigkeit ist ja eine ganz andere. Arbeitest du jetzt hier vielleicht bei derzeit herrscht dann Außendemperaturen um 0 Grad, ist das viel härter. Und dann müsste dieses Messer ja eigentlich mehr Druck haben, damit es dann auch bei dieser Härte mehr reingeht. Und das ist, glaube ich, das, was ihr jetzt hier macht. Da könnt ihr diesen Gegendruck hier einstellen. Genau. Also wir können den Gegendruck nicht einstellen, aber wir können die Tiefe der Klinge einstellen, wie tief sie einschneiden soll. Und darüber kann ich ganz viel regulieren. Das ist einmal, wie du gerade sagtest, temperaturabhängig. Also habe ich sehr warm, habe ich da ein Kaugummi, was es mir erschwert, das abzuziehen. Ist es sehr, sehr hart, dringen die Messer vielleicht nicht tief genug ein. Das kann ich hier drüber dann ein bisschen regulieren. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite ist, dass es immer mehr Kabeltypen auf dem Markt gibt, die unterschiedliche Isolationsstärken haben. Das heißt, es gibt Kabel, die sind dicker isoliert und es gibt Kabel, die sind dünner isoliert. Und da habe ich halt die Möglichkeit, über diesen Knopf die Tiefe, wie tief die Messer eindringen in die Isolation, kann ich darüber justieren. Das heißt, im Idealfall, wenn ich eine Einstellmöglichkeit habe, dass ich mir vielleicht mal ein altes Stück Kabel oder einen Abschnitt nehme, den ich gerade nicht brauche. Und einmal daran die Einstellung teste, ob das für meinen Kabeltypen, den ich gerade verarbeiten möchte, so passt. Wenn es passt, kann ich es so stehen lassen. Also es wird immer in dieser, ich sage mal, Neutralstellung, in dieser Mittelstellung ausgeliefert, wo wir erstmal von ausgehen, das sollte für Standardkabel passen. Wenn es das nicht tut, hat der Anwender dann die Möglichkeit, die Schnitttiefe hier mehr oder weniger tief einzustellen. Und hier hast du noch Ersatzmesser? Nein, das ist einmal die Beschriftung für dich, damit du weißt, dass es deine Zange ist. Und das ist der Element, um den Klingenblock zu wechseln. Das heißt, nach einer Zeit hast du einen Verschleiß und dann kann ich den Klingenblock austauschen, bekomme den als Ersatzteil, packe mir nur einen Klingenblock rein und kann weiterarbeiten. Okay, weil ich dachte früher mal, hier wäre auch ein Klingenblock noch als Ersatzteil oder so ein Messer drin, aber das ist wirklich nur, dass man das wechseln kann. Aber immerhin, denn das geht hier ohne weiteres nicht. Genau, das geht hier auch, aber es ist ein bisschen schwieriger, man muss dann hier mit dem Schraubendreher rein, den Hebel aushebeln, den Riegel hier. Also das ist hier ein bisschen fummeliger, geht aber genauso, auch hier bekomme ich Ersatzteile für und das ist hier durch diesen Hebel einfacher gelöst. Und was lernen wir selbst hier? 12, 42, 195. Genau, 12 ist immer im Baroi bei uns abisolieren, 195 ist die Länge und die 42 ist da halt nicht hundertprozentig zuzuordnen, sondern da gucken wir halt, welche Nummernblöcke noch frei sind. Ich habe ja mal ein Video gemacht über abisoliert Zangen, das blende ich euch gerade nochmal ein und da gab es natürlich einige Experten, die gesagt haben, nee, nee, ich nutze sowas nicht, ich mache das mit dem Cuttermesser. Ja, wer kann, der kann, ne? Aber ich denke mir selbst, wenn ich kann, weiß ich nicht. Cuttermesser oder Seitenschneider, das ist immer so eine Sache, die alteingesessenen Hasen sagen, das mache ich seit 30 Jahren so, das kann ich. Die Gefahr, dass du einfach eine Litze anschneidest, auch minimal, ist halt einfach gegeben. Ich konnte es vorher selber nicht glauben, bis es einem Elektriker bei mir selber passiert ist. Und zwar hat er die Litze von dem Nym-Kabel leicht angeschnitten, also wirklich nur einen Hauch, hat es in eine Vakuumklemme gesteckt, wollte es in die Verteilerdose reinstecken, ist das Kabel abgebrochen. Also dieser kleine Schnitt, das war wie diese Kerbe, war wie eine Sollbruchstelle und das kann natürlich im schlimmsten Fall zum Kurzschlutz und zum Brand führen. Und deswegen empfehlen wir immer, automatische abisoliert Zangen oder wenn es manuelle sind, vorher bitte auf den entsprechenden Durchmesser einstellen. Da hattest du mir, glaube ich, von dir erzählt, als du den nächsten Tag nach Hause kamst und Hose war weg. Genau, hab Puff gesagt und weg war es. Also abisoliert Zange wäre günstiger gewesen, ne? 70, 80 Euro? Genau, da liegst du, weil die 90 Euro, ja. 90 Euro, teuer geworden. Ja. Na gut, Inflation, alles wird teurer. Rohstoffe, Inflation. Was ist, ihr habt aber auch eine preiswerte Variante, ne? Hab ich, glaube ich, mal vorgestellt. Genau, diese Pistolenvariante haben wir für, was liegt sie ja, 30, um die 30 Euro liegt sie, genau. Die ist sehr gut für Weichisolierung tatsächlich, weil sie eine V-Klinge hat, also die schneidet mehr ein, ist aber tatsächlich nicht für den Dauerbetrieb geeignet. Also jetzt für den professionellen Anwender, für den Elektriker, der wirklich 80 Stunden auf der Baustelle ist, das wird sie definitiv nicht so lange mitmachen im Vergleich zu so einer. Okay, aber empfehle ich immer sowas auch im preiswerten Bereich für jemanden, der halt zu Hause mal was macht. Es ist ein Segen und ist ein Spaßbringer. Gerade wenn du das auch kennst, wenn du so eine abisolierte Zange nicht hast und da wirklich mit dem Messer am rumasen bist. Und dann hast du das abisoliert, hast auch vielleicht nicht mehr so viel Fleisch. Und dann passiert dir das, du schneidest mit dem Seitenschein eine Litze ein und dann denkst du, okay, kommen zwei Litzen weg, haust du trotzdem, nee, soll man nicht machen. Und also wird das Kabel immer kürzer. Genau, auch wenn du auf der Leiter stehst, Spots oder sowas installierst, du stellst es einmal ein und dann deine 2, 3, 4, 5 Adern, je nachdem was du da hast. Die haben alle die gleiche Länge, du kannst sofort weiterarbeiten, du fängst nicht an, oh, das war zu viel, das war zu wenig, du musst nochmal abschneiden. Ich muss nochmal versuchen, 2 mm abzuisolieren, was dann wirklich fummelig wird, sondern einmal eingestellt, alles durcharbeiten. Und da kommen wir auch zu den Kollegen hier, Abmanteln, Nym-Leitung. Genau. Das ist ja Ergostrip, ne? Genau, das ist der Ergostrip, der hat mehrere Funktionen. Du hast einmal auf der Seite hier die lange Seite für die Nym-Leitungen, wo ich einmal einen Rundschnitt machen kann oder einmal hier den Längsschnitt machen kann. Viele Elektriker kennen es halt so, dass die Sicherungskasten, da guckt ihr erstmal einen Meter raus plus einen typischen Angstmeter, also sind die bei 1,5 Meter, die die abisolieren oder abmanteln wollen. Setzen dann an, machen den Rundschnitt und versuchen diese einen 1,5 Meter abzuziehen und da ziehst du dir einen Wolf und da geht auch manchmal das Werkzeug bei kaputt. Und hier kannst du dann hingehen, das Kabel einlegen, du hast hier einen Längsschnitt, ich ziehe erstmal die 1,5 Meter, öffne ich quasi das Kabel. Genau, speise ich das auf, dann mache ich oben einen Rundschnitt und kann das wie so eine Banane, sag ich mal so, abschälen. Ich habe keinen Kraft, den ich brauche, es geht schnell und ich mache mein Werkzeug nicht kaputt. Und Ergo ist, weil es hier so in der Hand liegt und du ein bisschen mehr Iwan im Ärmel hast, ne? Genau, also es ist extremst ergonomisch, das ist das eine und der Vorteil ist auch noch, auf dieser Seite kannst du noch Koax und Datenkabel verarbeiten. Das sind also im Prinzip drei Abmantler in einem Werkzeug. Haben wir euch schon mal als smartes Werkzeug gezeigt. Ja, und dann habt ihr noch so schöne Sets, wo quasi alles dabei ist, um loszulegen. Genau, wir haben verschiedenste Sets im Angebot mit verschiedensten Zangenbestückungen oder Kontakten. Da kann sich derjenige das raussuchen, was er benötigt und dann hat er alles sofort dabei von abisolieren, schneiden, weil die ganzen abisolierten Zangen haben ja auch entsprechende Kabelscheren dabei. Wenn ich das jetzt hier nehme, dann kann ich einfach mein Kabel hier unten einführen und das entsprechend ablenken. So habe ich im Prinzip Kabel schneiden, abisolieren und dann verkrimpen alles in einer Box und mit verschiedensten Durchmessern der Kontakte. Also da muss ich sagen, das funktioniert in der Regel zwar gut, aber es gibt ja manchmal Sachen, da bist du hier mit ein bisschen beschränkt, weil du ihn in der Mitte irgendwo ansetzt und da finde ich, guck mal, jetzt haben wir, jetzt sind wir schon mit Knippecks hier und haben keinen Seitenschneider am Start, aber wir haben ja hier so ein paar, da bist du ja manchmal dann doch, wenn du irgendwo da in der Ecke oder so bist. Aber für mich ist das auch ein Werkzeug, du hast es dabei. So, es ist dabei und wenn es mal nicht funktioniert, dann nimmst du halt was anders. Hier übrigens, ihr macht ja auch so fertige Kits in L-Boxen. Die Werkzeugkoffer von euch, haben wir euch auch schon mal gezeigt, blenden wir auch nochmal ein, diesen Werkzeugkoffer-Test. Den haben wir schon jetzt so ein bisschen geflattert, muss ich sagen, weil wir ein bisschen Elektro-Werkzeuge rausgenommen haben und zangen. Aber das ist hier unser Elektrokoffer, da ist alles von A bis Z drin. Und der Vorteil ist, wir haben einen ordentlichen Trolley. Bei der Größe willst du das nicht unbedingt... Da schleppst du nur zwei Meter, dann hast du schon von alleine keine Lust mehr. Und das ist halt, wir haben verschiedenste Koffer, wir haben entweder solche Koffer, wir haben sie als Trolley oder halt auch robust, die dann flugtauglich sind mit Druckausgleichsventilen. Also auch da sollte für jeden was dabei sein. Also die Elektriker unter euch wissen jetzt auch wieder, was Phase ist, im wahrsten Sinne des Wortes, aus dem Hause Kniepacks. Aber wie eingangs erwähnt, wir hatten euch ja auf YouTube gefragt und auf Instagram jetzt auch heute nochmal, was ihr für Fragen an Kniepacks habt. Und da sind einige Sachen zusammengekommen. Wir haben vorhin mal so ein paar Fragen herausgeschrieben. Interessanterweise geht es auch oft spezifisch wirklich um Produkte. Und eine Frage war, warum brechen die kleinen Elektronikseitenschneider? Die Superknips. Habe ich auch regelmäßig im Einsatz. Gerade so, wenn du Platinen machst, kannst du zum Beispiel unten die Beine vom Elko oder so nochmal abknipsen, schön bündig. Ja, und auch so am Motorrad oder so, wenn du irgendwas machst. Weil ich sage mal, ein 1,5er kannst du ja problemlos auch damit knipsen, oder? Oder ist das schon nicht mehr zertifiziert dafür? Als massiv nicht, als Litze. Als Litze, ja, ja. Du wirst es noch durchbekommen, genau. Weil ich den so schön handlich finde. Der ist so schön leicht. Der macht auch immer einen schönen, sauberen Schnitt. Genau. Problem dabei ist, also wenn man es als Problem bezeichnen darf, ist halt, er ist klein, er ist leicht, er ist sehr beliebt. Er ist auch preislich sehr attraktiv. Und das verleitet die Leute halt sehr gerne dazu, ihn auf gut Deutsch zu missbrauchen. Wir haben eine Zeit lang viele Reklamationen bekommen mit Kerben in der Schneide drin, bis wir rausgefunden haben, was die Leute damit machen. Und zwar gibt es ein Kantaldraht, das ist ein ganz dünner, kleiner Draht, der zum Beispiel bei E-Zigaretten als Heizspirale genutzt wird. Und diese E-Zigaretten sind ja von der Bauform sehr klein her und mit dem sind die halt wunderbar da reingekommen, um diese einzukürzen. Das heißt, man kann sich solche E-Zigaretten selber bauen. Also gibt es so Bausitze oder die werden entsprechend modifiziert. Und das wurde damit gerne geschnitten und dann gab es Eindrücke und dann gab es Reklamationen. Der kann das ja gar nicht. Kann er nicht, weil er auch gar nicht dafür ausgelegt ist, weil der Draht einfach zu hart ist. Also so ein richtiges Hartmetall. Genau. Das ist ja Glühdraht dann. Genau, das ist einfach ein richtig harter Draht. Das zweite ist, dass schon mal die Köpfe genau in diesem Bereich hier brechen, weil viele glauben, es ist eine schneide Zange. Ich habe eine Art Seitenschneider. Das heißt, sie geben einen gewissen Kraft da dran, ohne darüber nachzudenken, dass es ein Elektronikseitenschneider für kleine, feine Arbeiten ist. Das heißt, sie gehen einfach mit zu viel Kraft da dran und prügeln das Material durch auf gut Deutsch. Bringen so viel Kraft auf, dass er dann der Kopf wegkriegt. Hier steht jetzt auch maximal Kupfer 1,6 oder? Weiches Metall bis 1 mm. Ja, und was ich sagte, so 1,5 Kupfer, aber gilt das dann eine 1 Litze, 1,6? Ich würde es nicht machen. Ich würde tatsächlich als Litzenkabel nehmen, nicht passiv. Okay, ja, aber ich habe so 1,5er damit, bis den Bereich bin ich gegangen. Wenn du es langsam und vorsichtig machst, wird es auch sehr oft gut gehen. Wenn du es wie ein Seitenschneider benutzt und richtig durchprügelt, dann mag er es nicht so gerne. Nein, aber das ist ja auch, das muss ja auch verantwortungsvoll oder mit Gefühl mit dem Werkzeug umgehen. Ich sage mal, ich käme jetzt nicht auf die Idee, wenn ich denke, boah, das ist so, ja, sieht man eigentlich, ne? Ja, wo er auch gerne für genutzt wird und das gibt auch immer mal wieder Probleme, ist Kabelbinder, das Thema. Das mache ich allerdings auch nicht. Er wird sehr gerne dafür genutzt, weil er eben so bündig abschneidet. Das hört sich jetzt komisch an, weil der Kunststoff vom Kabelbinder weicher ist als der vom Kupfer. Das Problem ist, das ist so ein Radiergummieffekt. Das heißt, du komprimierst den Kunststoff und komprimierst und dann gibt es den Schnack, wo der durchgeht und dann hast du so viel Kraft aufgebaut, dass die Schneide sich verabschiedet, weil der Druck dann einfach zu hoch ist. Und Kabelbinder ist aber immer wieder ein Thema gewesen. Das ist dann auch der Grund, warum wir den 125er in der Größe 140 rausgebracht haben. Der ist wesentlich größer und stabiler und da können wir dann bis zu 8 mm breiten Kabelbinder mitknacken. Ach krass, also ihr habt darauf reagiert, habt den ein Stückchen größer gemacht. Und dicker und schwerer, genau, um spezielle Kabelbinder damit einzukürzen. Oder eher gesagt, bündig am Kopf abzuschneiden, dass du nicht diese typischen scharfe Kanten hast, wie du es beim Seitenschneider kennst, wo man dann ganz klassisch im Kfz-Bereich die ganzen Narben an den Armen sieht. Setze ich gerade mal auf meine Einkaufsliste, bin ich nämlich jetzt echt neugierig, weil ich muss sagen, ich habe die Kabelbinder auch damit gemacht. Also kleine, wenn man vorsichtig ist, geht's. Ja, vielleicht habe ich dann auch einfach so ein bisschen Gefühl, dass ich da nicht wie ein Berserker da irgendwie rumase, aber kommt in den Werkstattwagen rein. Link unten in der Beschreibung. So, nächste Frage. Es wird, wir sind schon relativ lange hier auf Sendung, aber es wird nur interessant. Eine automatische Krimzange ist gesucht mit zweimal 16 Quadrat. Warum zweimal? Krimzange weiß ich doch, Kabel rein, also was meint er, mit Doppelhülsen? Ja, mit Twinhülsen, sogenannte Twinhülsen, wo du dann im Prinzip hingehst und zwei Kabelenden reinstecken kannst, damit du das in eine Verschraubung bringen kannst. Zweimal 16 haben wir nicht. Unsere Kapazität ist bei automatischen Krimzangen zweimal 10. Ab zweimal 16 hast du Einzelgesenke. Was ist das? Ein 10er? Das ist ein 10er. Ja, guck. Also ein 16er ist ja... Das ist 16. Ja. Nur mal zu veranschaulichen, ne? Ich meine, 16 Quadrat ist natürlich auch schon ein Mobbild. Davon zwei Stück, das ist dann schon eine Hausnummer. Okay. Also musst du dann mit anderen... Mit Einzelgesenken oder Einzelzangen arbeiten, um das abzudenken, ja. Okay. Ein anderer Zuschauer fragte, warum ist Knipex so teuer oder hochpreisig? Das liegt immer im Auge des Betrachters, würde ich jetzt mal sagen. Also ich glaube, dass die Knipex-Sang definitiv ihr Geld wert sind. Teuer sind wir nicht. Wir sind ja im hochpreisigen Segment unterwegs. Wenn man das jetzt aber mit Mitbewerbern vergleicht, die in der gleichen Qualitätskategorie mitspielen, ist Knipex selten tatsächlich der teuerste. Wir befinden uns in diesem hochpreisigen Segment im Mittelbereich. Also natürlich gibt es immer mal wieder eine Zange, die ist teurer im Vergleich zum Wettbewerb. Es gibt aber auch viele Zangen, die sind günstiger im Vergleich zum Wettbewerb. Das Zweite ist, wie wir es vorhin schon angesprochen haben, es ist alles made in Germany, made in Wuppertal-Kronenberg, selbst der Stahl kommt aus Deutschland oder der Schweiz. Das sind die beiden Länder. Ich persönlich muss sagen, ich finde Knipex nicht teuer, sondern ich finde es preiswert. Nämlich im wahrsten Sinne des Wortes, dass es denn preiswert ist. Genau, das ist der Unterschied zwischen preiswert und billig. Genau, billig ist es nicht. So, dann war die Frage, wisst ihr, dass Knipex zu Bitburger gehört? Hä? Habe ich auch noch nicht gehört. Nein, Knipex gehört nicht zu Bitburger. Knipex ist eigenständig. Wir sind inhabbar geführt in der vierten Generation durch die Familie Putsch und das wird auch erstmal so bleiben. Okay. Hat Bitburger sonst irgendwas im Werkzeugbereich zu tun oder wie kamen, ist das ein Gerücht oder was? Nein, Bitburger ist im Werkzeugsegment unterwegs tatsächlich. Sie haben einen Werkzeughersteller aufgekauft oder gekauft und da gibt es dann entsprechende Kooperationen, aber Knipex ist selbstständig. Okay. Wieder was gelernt, ne? Aber es liegt ja auch auf der Hand, ne? Das heißt ja, bitte ein Bit. Jetzt wird mir einiges klar. Ja, oder? Aber wir sind ja im Hause Knipex jetzt unterwegs und da kam die nächste Frage, was ist eure größte Zange? Die größte Zange wäre dann einer unserer Bolzenschneider mit knapp einem Meter Länge. Also das wäre jetzt das größte Werkzeug. Ist das nicht die? Das wäre, genau, das wäre im Prinzip der kleine Kollege, das wäre so die größte Zange, die wir haben. Ja, wenn es jetzt um das Thema Wasserpumpenzange geht, dann sind wir da unterwegs. Da gab es auch schon die nächste Frage, ob ihr Plan vielleicht hier nochmal einen draufzusetzen? Ich sage mal aktuell nicht. Aber du lachst dabei. Das darf jeder interpretieren. Du willst es auch, ne? Ich fände es auch gut, ja. Dann war die Frage noch, wo wir auch wieder bei dieser Zange sind, weil es hat sich der Gewinner der Zange gemeldet mit einer Frage, wofür wird die eigentlich benutzt? Offensichtlich hängt sie bei ihm im Wohnzimmer. Ja, wofür wird sie benutzt? Da gibt es verschiedenste Anwendungen, sei es im Bereich der Ölindustrie, Pipelines, Rohrbau, aber auch bei den Kollegen der Bahn. Die nutzen die auch schon mal ganz gerne. Ja, typischerweise Agrar. Typischerweise Agrar, Nutzfahrzeuge, Baugewerbe und Rohrleitungsbau. Was ist denn so das typische Werkzeug von euch für den Bereich Bau und Agrar, außer sowas? Das ist tatsächlich mittlerweile sehr gestreut, denn die Agrarwirtschaft, da hält immer mehr Technikeinzug, satellitengesteuerte Systeme, Bussysteme. Also tatsächlich ist zum Beispiel auch Krimpen ein ganz großes Thema mittlerweile dort, auch für den Landwirt vor Ort, die ganz viel selber reparieren. Ansonsten sind es die Klassiker wie Seitenschneider, Kneifzang, Kombizang, Wasserpumpenzang, Zangenschlüssel. Zangenschlüssel, auch eine Sache, glaube ich, wo wir beide uns einig sind, das ist irgendwo was, was vorne mit dabei ist. Absolut. Und Zangenschlüssel, gerade jetzt Hydraulikverschlauchung oder sowas, du kannst ja auch schön kontern. Oder was ich zum Beispiel auch immer gut finde, einen Zangenschlüssel eigentlich immer dabei zu haben, weil selbst wenn du kompletten Maulschlüsselsatz hast, wenn du mal eine Kontermutter hast auf der anderen Seite vom Blech oder auch wirklich eine Kontermutter, dann kannst du mit einem Zangenschlüssel relativ einfach gegenkontern. Genau, du kannst gegenkontern, du kannst den Zangenschlüssel auch wunderbar nutzen, um Sachen zu verpressen oder als Biegevorrichtung nehmen. Und tatsächlich habe ich auch einen Zangenschlüssel schon wirklich als Zange mal so ein bisschen genommen. Das ist natürlich so ein bisschen Improvisation, aber man kann beispielsweise auch mal ein Blech halten mit einem Zangenschlüssel. Wenn du ihn vorher einstellst, weil das ist ja auch wirklich parallel, geht an sich auch wunderbar. Und fällt mir auch noch ein, es gibt ja auch von euch diese Schonbacken für die Wasserpumpenzangen. Genau. Gibt es die auch für die Zangenschlüssel? Die gibt es auch für die Zangenschlüssel. Die nutzen wir dann im Sanitärbereich. Es gibt, das nennt sich schwarze Armaturen, die sind dann halt schwarz. Das ist eine besondere Beschichtung, die super empfindlich ist. Und um da noch einen höheren Schutz zu gewährleisten, kannst du deine Kunststoffbacken darüber schieben um die Oberfläche noch mehr zu schonen. Dann eine nette Frage. Wann bekommen denn eure Werkzeuge endlich mal ein GPS integriert, damit es nicht immer Beine bekommt? Sprich, gutes Werkzeug ist natürlich begehrt auf der Baustelle. Dann sind wir bei dem Griff Diebstahl. Das ist immer so eine Sache. Also darüber haben wir tatsächlich schon nachgedacht. Es gibt da so ein paar Hindernisse. Einmal ist es, je nachdem welche Zange ich habe, schlichtweg einfach der Preis, dass dieses GPS-System dann teurer wäre als die Zange an sich selbst. Das Zweite ist, das GPS-System braucht eine gewisse Baugröße oder hat eine gewisse Baugröße, die ich da schlecht unterbekomme. Aber ich glaube, wir müssen auch mal klarstellen. Ich weiß auch nicht, ob das ernst gemeint war. Aber ein GPS auf so ein Werkzeug kriegst du ja praktikabel eh nicht. Also auch nicht so praktikablen Kosten. Wo wir es ja auch haben, ist auf Elektrowerkzeugen. Da hast du aber quasi so einen RFID-Chip oder so ein Low-Energy-Bluetooth-Modul. Die muss so einen gewissen Radius funktionieren. Genau, und das funktioniert ja auch immer in Verbund mit Handys. Und dann wiederum, bei Elektrowerkzeugherstellern läuft das ja auch über eine App. Und wenn du diese App installiert hast und die ist auf Empfang, dann funkt die mit diesen Geräten. Und wenn du jetzt zum Beispiel einen Akkuschrauber hast, der auf der Baustelle wegkommt, und dann kriegst du abends, wenn du einpackst, stehst du in deinem Werkstattwagen, kriegst du die Meldung, ihr fehlt ein Werkzeug, weil er das nicht findet. Und dann ist es weg. Aber jetzt hast du eine Chance, wenn der jetzt auf einer anderen Baustelle auftaucht, wo auch jemand mit der App rumläuft, dann funkt der wieder nach Hause. Und dann wird gesagt, das Werkzeug ist da in der Lokalisation. So funktioniert das ja. Das heißt, theoretisch könnte man schon mal irgendwie mit RFIDs oder so, die man irgendwo so ranklebt. Würde theoretisch funktionieren. Praktisch ist es halt einfach eine Kostenfrage, die dann wiederum viele Kunden nicht bereit sind zu bezahlen. Weil ich sage mal, ein Elektrowerkzeug, was vielleicht 300, 400 Euro kostet, ist ja schon mal ein anderer Wert als jetzt, sage ich mal, eine Zange für 20 Euro. Und da musst du ja die Verhältnismäßigkeit auch sehen. Vielleicht gibt es irgendwann mal in 10, 15 Jahren sowas, was nur noch 20 Cent kostet. Und irgendwie, was Standard ist, man weiß es nicht. Ihr seid technologieoffen. Immer. Dann eine Frage, ob ihr nicht mal eine Kooperation mit VERA machen wollt. Kooperation mit VERA machen wir schon seit Jahren. Das heißt, wenn du bei uns zum Beispiel Elektrikassets kaufst, Sanitärsets kaufst, also kofferbestückte Elemente, da sind eigentlich schon immer VERA-Produkte mit drin. Also die Kooperation mit VERA, auch auf Messen, gemeinsame Messeauftritte, die läuft schon seit Jahrzehnten. Aber ihr habt da beispielsweise in euren Werkzeugsetzen eine Wasserwagen stabiler oder sowas? Genau, genau. Es gibt da so einen Premiumverbund, wo alle namhaften Deutschen oder viele namhafte deutsche Hersteller versammelt sind. Und aus diesem Verbund bedienen wir uns dann für Produkte, die wir selber nicht im Programm haben. Zum Beispiel wie Pikatemmer, stabiler Wasserwagen, VERA, Schraubendreher, Knarren, Bitsets, all solche Sachen. In dem Zusammenhang, nächste Frage war, ob ihr auch mal Schraubendreher macht. Weil das kam häufiger unter den Videos nach dem Motto, ah, Kniepex ist so eine tolle Marke. Die Leute würden das hart feiern, wenn ihr auch andere Werkzeuge unter eurem Brand einfach mal rausbringt. Wir haben Schraubendreher im Programm, aber nur isolierte für Elektriker, einfach aufgrund der Nachfrage von Kunden. Wir werden aber keine Schraubendreher in naher Zukunft oder mir nicht bekannt aufnehmen. Einfach aufgrund dessen, dass wir so eine gute Kooperation mit VERA haben. Und ja, man legt sich ja selber keine Knüppel im Weg. Dann fragt jemand, ob ihr eine Empfehlung habt, um Flugkost auf den Werkzeugen zu vermeiden. Verchromte Zangen kaufen. Und wenn ich jetzt die Standardvariante habe, einfach... Also die Standardvariante, wenn man die nimmt, kannst du das einfach mit einem ganz normalen Öl regelmäßig einölen, wie die 40 Ballistole, was es da alles gibt. Oder man geht halt hin und reinigt die Zange einmal und geht dann zum Beispiel mit einem Klarlack oder Haarspray drüber. Haarspray? Haarspray. London. Umsteigen bei Regen. Die Frisur hält. Haarspray setzt oben einen klebrigen Film drauf. Und das ist dann eine Art Klarlack und der hält eine gewisse Zeit. Kenne mich jetzt gar nicht so durch die Idee. Ich glaube, ich würde eher so einfach ein bisschen ölen oder so. Gleich der Ölfilm drauf. Das ist das Einfachste. Aber wenn man sich da sicher sein möchte, kann man... Ich muss es ja konservieren. Ich muss es ja schützen, dass kein Sauerstoff oder keine Feuchtlichtreihe dran kommt. Das geht entweder durch Öl oder durch eine Lackschicht. Wir hatten das auch schon häufiger, dass Leute sich gewundert haben, sie haben meinetwegen so einen Toolcheck oder sowas. Und der setzt Rost an. Und Flugrost auf Werkzeug ist kein Qualitätsmangel. Nein, du hast ja einfach geschmiedeten Stahl. Der ist, wenn er nicht behandelt ist durch eine Lackschicht oder durch Verchrom, ist er halt offen. Und jeder offene Stahl setzt halt Korrosion an. Das heißt, ich kann ihn nur durch Ölen, durch eine Verchromung oder eine andere Schutzschicht schützen. Also Rost an Werkzeug ist nicht ein negatives Kriterium. Ich sage mal, spätestens, wenn du mal bei Opa in die Werkstatt guckst und der hat ein paar Schraubenschlüssel an der Wand, da werdet ihr einige sehen, die wirklich komplett eigentlich verrostet sind. Das ist normal. Das sieht ganz normal aus. Dann fragt jemand, warum es die Superknips, also diese Elektronikseitenschneider in Silber und in Schwarz gibt. Der Unterschied ist hier, dass wir hier zwei verschiedene Grundmaterialien nehmen. Der Silberne ist einmal Edelstahl, also er kann nicht rosten, hat aber den Nachteil, dass ich den nicht so gut Wärme behandeln kann. Also ich erreiche nicht die Härte, die ich haben möchte und somit ist die Kapazität geringer. Der Schwarze ist ein Werkzeugstahl, den ich besser härten kann. Ich erreiche höhere Härten, kann damit größere Querschnitte, in Anführungsstrichen, in diesem Bereich durchtrennen und schütze ihn durch diesen schwarzen Lack vor Korrosion. Okay, ganz interessant. Hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Hier steht maximal Kupfer 1,6. Das steht hier auch. Aber Eisen nur ein Quadrat statt 1,2 Quadrat. Relativ gering finde ich den Unterschied. Also ich würde dann, glaube ich, den nehmen, aber es kommt ja auf den Anwendungsfall an. Müssen wir auch mal gucken, welcher besser für Kabelbänder saucht. Aber ich habe ja jetzt heute gelernt, ich werde mir den 140er nochmal bestellen. So, dann die Frage, welchen Rohrschneider du für Elektriker empfehlen würdest? Da würde ich den Bix empfehlen. Der ist klein, der ist leicht. Also den wir vorhin gezeigt haben. Genau. Ich kann hier Rohre im Durchmesser von 16 bis 50 Millimeter. Ich persönlich habe es zu Hause schon getestet. 60 geht auch. Da muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Das muss man ein paar Mal gemacht haben. Wenn man sehr vorsichtig ist, geht das aber auch. Und damit kann ich dann wunderbar die Leerrohre oder Panzerrohre, wie sie auch genannt werden, durchführen. Ich habe neulich noch Elektriker bei der Arbeit gesehen. Und die hatten Leerrohre verlegt und haben die dann immer mit so einer kleinen 12-Volt-Flex abgetrennt. Und dann habe ich mir noch gedacht, mit sowas ist das doch viel entspannter, mach keinen Dreck. Es ist leise, du bist schneller, du hast den Grat, nicht diese Fransen rumfliegen. Es ist sauberer. Dann eine Frage, fand ich ganz interessant. Die Kobold XL. Ja. Hast du eine da? Also warum gibt es die nur mit getauchtem Griff? Das hat zwei Gründe. Das eine ist einmal die Öffnungsweite, dass ich ja hier schon eine gewisse Öffnungsweite habe. Und ich habe jetzt keine kurzen Hände, aber ich komme so gerade eben noch dran, um den zu schließen. Wenn ich jetzt einen Zweikomponentengriff nehme, baut der noch dicker auf. Und dann würde ich es halt gar nicht mehr greifen können. Dann wären meine Finger wahrscheinlich hier irgendwo und ich könnte ihn nicht mehr schließen. Das ist das eine. Das zweite ist, wenn ich diese Werkzeuggröße mit einer Zweikomponente beschichte, dann habe ich halt schon ein sehr großes, massiges Werkzeug in der Hand. Okay. Das ist einfach, um Platz zu sparen und um die Öffnungsweite ergonomischer zu machen. Es geht jetzt wirklich gar nicht darum, so nach dem Motto, Edgy Badge bekommt er nicht, weil möchte man nicht, sondern es hat wirklich praktische Gründe. Genau, es hat wirklich praktische Gründe. Ist das auch hier wieder sowas zum Drahtziehen oder so? Nein, das ist nur die Freimachung, dass du die Öffnungsweite hinbekommst. Okay. Zum Drahtziehen hast du diese Stelle hier. Das hier? Genau. Das ist einmal der Anschlag, dass die Schneiden nicht zu sehr aufeinander schlagen können. Aber du kannst es auch im Zaunbau, wird das sehr gerne genommen, um die Zäune zu spannen. Du spannst den Draht da ein, kannst hier greifen, da greifen und wirklich dann mit deinem vollen Körpergewicht dich reinlegen und den Draht auf Spannung bringen. Ach verrückt. Das ist auch so gedacht. Oder hat sich das irgendeiner mal ausgedacht? Nein, nein, nein. Das ist dafür gedacht. Ach krass. Wenn es nur ein Anschlag wäre, wäre der glatt. Aber du siehst da, wenn du es ganz öffnest, siehst du da kleine Rillen drin. Das soll helfen, den Draht besser zu klemmen, zu fixieren. Hättet ihr das gewusst? Habt ihr eigentlich eine Anleitung bei diesen? Das ist ja, das ist ja, das ist ja, ja man denkt ja, das ist Zange, das küsst du schon. Aber ich habe jetzt so häufig was jetzt gehabt, wo ich dachte, ja, hätte es mir einer gesagt, hätte ich gemusst. Es kommt immer mehr, es kommt immer mehr, dass wir Anleitungen für neue Produkte schreiben. Für die alten Produkte haben wir es jetzt noch nicht. Nee, oder eine Anleitung, das wird ja wieder vielleicht keiner lesen, aber ich sage mal, einfach so ein kleines Zettelchen, wo du einmal diese Funktion hast und dann, Achtung, hier, diese Funktion. Tatsächlich haben wir in unseren Katalogen meistens diese verschiedenen Funktionen durch ein kleines Bild abgebildet oder auf der Homepage. Dann hat jemand geschrieben, das Kind zieht aus in die erste eigene Wohnung oder in die erste eigene WG. Welche drei Knipex-Werkzeuge sollen in die Werkzeugkiste? Was ich in die Werkzeugkiste machen würde, wäre eine Kombizange, eine Wasserpumpenzange. Und jetzt kommt es darauf an, eigentlich einen Zangenschlüssel, vielleicht standardmäßig würden die meisten einen Seitenschneider mit reinnehmen, ich würde aber einen Zangenschlüssel reinnehmen, weil mit dem Zangenschlüssel kannst du zum Beispiel auch mal an deinem Fahrrad was reparieren, etc. Und den Seitenschneider, wenn du nicht permanent was mit Elektro machst, kannst du dir, finde ich, auch nochmal einigermaßen gut behelfen mit der Kombizange. Bist du genau bei den richtigen drei. Das wäre auch meine Wahl gewesen. Absolut für die ersten drei. Ja, definitiv. Mit der Zangenschlüssel kann ich halt alles, was parallel ist, Sechskantschraube, was auch immer, lösen. Mit der Wasserpumpenzange alles, was rund ist, wenn halt der Sechskant abgenudelt ist. Und mit der Kombizange kann ich einen Dübel in die Wand klopfen, ich kann ihn rausziehen, ich kann ihn einkürzen, ein Schräubchen, ein Draht abschneiden, alles, was ich da so brauche. Vielleicht sogar die Kombispitzzange. Wenn ich sie nicht als Hammer nutzen möchte, wenn ich nicht noch einen Hammer dabei nehme, dann ja, ansonsten würde ich die Kombizange nehmen, weil da kann man dann auch nochmal mit der Fläche ein bisschen klopfen. Ja, aber sagen wir mal ehrlich, wenn der Kollege schon sagt, mein Kind bekommt ein bisschen Werkzeug, dann sollte zumindest ein einfacher Hammer für einen Zehner mit drin sein. Und nicht den Kindern direkt beibringen, wie man ein Werkzeug eben nicht braucht, sondern missbraucht. Dann würde ich nämlich statt der normalen Kombizange die Kombispitzzange nehmen. Dann hast du wirklich auch nochmal was Kleines, Feines. Weil man hat ja manchmal so enge Bauräume, wo man irgendwo dran muss, da hast du nicht viel Platz. Willst dann so einen Kabelbinder auch ziehen oder so, um dir nochmal stramm zu sehen, irgendwas. Da hast du dann eine Spitzzange. Also ja, das wäre so. Das beste Beispiel ist ja einfach der Dübel in der Wand. Man möchte ein Bild aufhängen, man bohrt das Loch, steckt den Dübel rein, setzt die Schraube rein. Jetzt, wenn man einen dicken Putz hat, der überwiegend aus Sand besteht, das Erste, was passiert, der Dübel dreht sich mit. Mit der Spitzkombizange komme ich noch rein, kann den Dübel noch wieder rausziehen und dann entsprechend das Präparieren, dass es hält. Und dieses Loch für die Drahtstifte. Genau, das skinnt sich nicht auf den Fingerhaut. Genau. So, das wäre jetzt unsere Empfehlung, da sind wir uns einig. Jetzt war die nächste Frage, was sind unsere Top 5? Dann würde ich, es liegt immer am Anwendungsfall. Wenn du jetzt öfter mal was mit Elektro machst, würde ich sagen, auch eine Abisolierzange. Im Prinzip dann aber auch, wenn du das wirklich machst, eine Krimpzange. Und dann kommt es auch wieder darauf an, machst du isolierte Kabelschuhe zum Krimpen, dann brauchst du eben halt hier diese sowas. Das ist natürlich auch schon ein größeres Invest. Willst du preislich irgendwo im normalen Level bleiben, dann würde ich halt diese normale preiswerte Variante nehmen. Für um die 30 Euro, sagtest du. Haben wir euch auch schon mal gezeigt. Also Abisolierzange. Ich würde da tatsächlich etwas anders rangehen. Ich würde die Top 3 weiterhin nehmen. Eine Kombizange, die Wasserpumpenzange, den Zangenschlüssel. Welche Größe bei Kombi und Zange? Kombi und Zange würde ich klassisch wirklich auf die Größe 250 gehen. Denn damit bekomme ich auch nochmal Badarmaturen und sowas befestigt. Oder kann sie lösen, wenn da was gemacht wird. Ich würde wahrscheinlich die, vorausgesetzt, ich bin handwerklich etwas begabt, die Elektroinstallationszange nehmen. Stimmt. Denn da kann ich, wenn ich einen Spot einbaue, könnte ich das Kabel selber einkürzen. Ich könnte es abisolieren und ich könnte eine Ader Endhülse draufkrimpen. Als Privatperson muss ich keine Krimpzeige mit Zwangskrimpung nehmen. Obwohl ich natürlich zu Hause nicht an der Elektrik arbeiten darf. Als Privatperson. Und ich würde einen X-Cut Seitenschneider nehmen. Der ist klein, der ist leicht und ist aber brutals stark. Dann habt ihr jetzt die Top 5 von Marc-André. Und ich habe dich vorgewarnt, was kommt. Ihr kommentiert, Brockschmidt spendiert, in diesem Fall Knipex spendiert. Und wir haben uns vorher Gedanken gemacht, dass wir im Prinzip die Top 5, die er mir bis dahin nicht verraten hat, das haben wir offen gelassen, dass wir die Top 5 fünfmal verlosen. Also fünfmal fünf die Top 5. Aber ich habe noch gedacht, der erste Verloste, der bekommt noch on top die Meister Röhrig Gedächtnisszange dazu. Das wäre dieses Modell. Das wäre dieses Modell. Gerne handsigniert von uns. Was sollt ihr tun? Hashtag Knipex. Interessiert uns eure Erfahrung mit Knipex und eure Top 3. Ihr bekommt Top 5, aber ihr sollt uns eure Top 3 einfach mal kommentieren. Oder hast du noch irgendwie eine Frage? Das passt schon so. Also wir sind immer offen für Vorschläge und natürlich auch Kritik, denn nur so können wir lernen in Kombination und Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Frei nach einer alten Zahnpasta-Erwerbung, damit sie auch morgen noch kraftvoll zubeißen können mit ihrer Kobra. Eure Top 3 und euer Feedback, eure Erfahrungen zu Knipex, positiv, konstruktive Kritik, haut rein in die Tasten und ich hoffe, es hat euch ebenso viel Spaß gemacht und Erleuchtung gebracht hier in das Dunkle des Themas Zangen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns demnächst bei euch in Kronenberg und da geht es dann ans Eingemachte. Da freue ich mich richtig drauf. Das ist für mich quasi wirklich ein Traum, der in Erfüllung geht, wirklich mal hinter die Kulissen bei euch in der Fertigung zu schauen. Und das wird auch ein langer Tag, aber ich denke, es lohnt sich. In diesem Sinne, bleibt uns treu, gibt dem Marc-André mal einen Daumen hoch. Das hat er sich, denke ich, wirklich verdient, weil ich habe selten Leute hier in der Werkstatt, die sich wirklich so auskennen. Und es war nichts mit Telefonjoker. Du hast nicht zwischendurch nachgeguckt. Nein. Das finde ich schon sehr, sehr erstaunlich. Meinen allergrößten Respekt. Hat mir Spaß gemacht. In diesem Sinne, ich hoffe euch auch. Tschüss und bis dann. Tschüss. Alles oder nichts, wir sind heute bei der Preis ist heiß und mit an Bord hier ist Marc-André von Kniepex. Kniepex macht Zange. Aber was wird mit dem Brötchen passieren, wenn du es komplett eintauchst? Oh Gott. Wo bin ich hier gelandet? Ich habe schon Kopfkino. Du kannst jetzt hier draufdrücken. So, kleinste Zange. Gibt es die dann auch in verschiedenen Griffen oder nur in dem? Da hast du mich jetzt erwischt, kann ich dir gerade gar nicht sagen. Es soll vorkommen. Das ist aber das erste Mal, dass er jetzt mal was nicht weiß. Cobra, Alligator, alles so 70er, 80er Jahre. Da hat man auch noch viele Namen vergeben. Und danach wurde das halt weniger, dass man einfach in Artikelnummer oder beschreibende Namen gegeben hat. Oder sind keine Namen mehr reingefallen? Oder alle Namen waren schon vergeben? Nein, das Problem ist ja, du musst ja auch immer wirklich den passenden Namen dazu finden. Das ist cringe, wenn du da nicht drauf eingehst. Dann in dem Moment, in dem Zusammenhang. Entweder durch Öl oder durch eine Lackschicht. Aber das war auch häufiger schon mal das Thema, die Kamera blinkt. Die Kamera blinkt? Ja. Hallo? Hallo? Ist da jemand? Hallo? Hallo? Untertitelung des ZDF, 2020